Musik Herzlich Willkommen zurück zum Game of Thrones Recap beim Tele-Stammtisch. Mit Patrick, mit Dominik und mit mir, die Pia. Hallo Patrick. Hi. Hallo Dominik. Aloha. Wie geht es euch? Habt ihr eine schöne Woche gehabt, eine Woche lang ohne Game of Thrones? Ja, der Entzug setzt einem zu, aber man tut, was man kann. Genau. Ja, super. Wir konnten ja jetzt wegen Ostermontag, konnte ich heute früh sogar die Folge schon sehen. Ich war die ganze Nacht wach. Nicht wegen Game of Thrones, aber es war einfach so, weil frei war. Genau. Ihr beide hattet auch frei, oder? Ja, natürlich. Ja, klar. Ich muss dazu sagen, ich war erfolgreicher als letzte Woche, weil ich habe es heute zum Frühstück geguckt. Weil, was ist das bessere Frühstücksfernsehen außer eine Folge Game of Thrones? Und letzte Woche war es leider sehr unglücklich, weil da habe ich mich ausgesperrt, dank dieser bescheuerten Jugendschutzpin von Sky Ticket. Nein. Hattest du nicht? Ja, doch, doch. Ich musste eine ganze Stunde warten, weil Sky Ticket nicht aus dem Arsch kam, irgendwie mir eine Mail zu schicken. Und dann konnte ich leider nur die Hälfte gucken, weil ich dann nicht mehr genug Zeit hatte. Aber dieses Mal hat es funktioniert. Kudos an Sky Ticket. Ja, genau. Du machst gerade super Werbung für dich. Das tut mir jetzt echt leid. Ja, Drama, Drama. Sky Ticket Drama. Ich kann schon prophezeien, ich werde gucken, dass ich, also nächste, kommende Woche, die Folge werde ich tatsächlich, glaube ich, so schnell es geht gucken, weil da bin ich richtig heiß drauf. Aber wir sind jetzt erstmal bei dieser. Die Folge heißt im Deutschen, ja, ein Ritter der sieben Königslande. Ein relativ sperriger Titel, wie ich finde. Ja. Hinter dem tatsächlich aber mehr steckt, als man denken mag, vielleicht. Also besonders für Buchkenner dürfte das ziemlich in den Ohren klingeln und zwar nicht nur, nachdem man diesen Song am Ende gehört hat. Okay. Aber der Reihe nach, würde ich sagen. Okay, das verstehe ich natürlich nicht. Das müsst ihr mir dann erklären. Wollen wir dann jetzt erstmal das hinter uns bringen? Wollen wir uns erstmal erklären, warum ich die Bücher nicht mag? Dann haben wir das schon mal geklärt. Ich hatte ja in der ersten Folge, falls die Leute die erste Folge noch nicht gehört haben oder übersprungen haben. Natürlich, natürlich haben die die gehört. Naja, keinerseits, dass die vielleicht mit der zweiten Folge oder so anfangen. Ich habe da ja nebenbei erwähnt, dass ich die Bücher nicht so gerne mag, also die Serie halt besser finde, beziehungsweise die Bücher auch dann irgendwann nicht mehr verfolgt habe. Ich habe die ersten drei Bücher, also ich glaube, das erste Buch habe ich nur mal gelesen. Dann habe ich jahrelang gar nichts mehr von dem gelesen. Dann habe ich das zweite und das dritte Buch als Hörbuch vor ein paar Jahren gehört. Dann bin ich irgendwann ausgestiegen. Das hat folgenden Grund und zwar, also er schreibt ganz toll, also ich habe ja die deutsche Übersetzung jetzt gelesen, also soweit ist das ganz toll beschrieben. Und er hat auch immer super viele Infos, haut er da in die Bücher rein. Ich finde, was ich aber ganz, ganz, ganz schlimm finde, die Bücher, die sind ja so massig. Also es gibt so viele Personen, sehr viel mehr Personen, als du schon in der Serie hast. Und er macht das mit Absicht, dass er viele Personen reinschreibt. Du liest da bestimmt über 10, 12, 20 Seiten oder was über die eine Person. Und er versucht, eine Bindung aufzubauen zu dieser Person, emotional meistens oder irgendwie eine Hintergrundgeschichte oder so. Aber der Charakter hat im Prinzip mit der gesamten Geschichte überhaupt nichts mehr zu tun, auch am Anfang nicht. Weil er hat ihn nur reingeschrieben, damit er ihn dann später verrecken lässt. Und das macht er, ja, das macht er bei ziemlich vielen Charakteren, also noch mehr Charakter, als jemand in der Serie hat. Also das ist schon, deshalb finde ich das in der Serie, die Serie finde ich, also klar hat die Abweichungen. Aber die ist halt zusammengespeckt auf die wirklich wichtigen Dinge, die man einfach wissen muss aus den Büchern. Und ich finde vieles überflüssig und er zieht da so vieles in die Länge. Und das mag ich bei vielen Buchautoren nicht, dass die was reinbringen, was absolut überhaupt, also die Story überhaupt nicht weiterbringt, sondern nur, um den Leser zu schocken oder den Leser, haha, ich hab dich jetzt verarscht, weißt du so. Also es ist, und das hat mich, da hat mich, irgendwann hat mich das dann angekotzt und dann meinte ich, dann hab ich aufgehört. Und einige Szenen fand ich auch ziemlich eklig, ne, also er beschreibt das ja auch ziemlich gut, zum Beispiel diese eine Sexszene mit Theon und dieser, dieser Frau da in, ich glaube auf dem Schiff oder so war das eine. Also er beschreibt das auch richtig gut, er beschreibt dann auch, wie unästhetisch die Frau wohl in seinen Augen irgendwie aussehen soll. Keine Ahnung, so, so fleckige Haut und vergilbte Zähne oder was weiß ich alles. Das, das war die, die, ähm, wo Theon sagte, lächel mal mit geschlossenem Mund. In Staffel zwei. Macht, macht mich zu eurem Salz-Vibe, ja, ja. Es ist generell in den Büchern ziemlich unästhetisch, muss man dazu auch erwähnen. Ja, das meine ich ja und, ähm, ähm, was wollte ich jetzt noch sagen? Achso ja, und was ich aber halt in den Büchern auch sehr gut finde, deshalb habe ich auch das Game of Thrones-Kochbuch, ne. Er beschreibt Gerichte ziemlich schmackhaft, also das, das, ähm, kommt in der Serie leider nicht so rüber, natürlich, weil man die Gerichte nur auf Bildern irgendwie sieht, aber wenn er die Gerichte beschreibt, die es dann da, die aufgetischt werden, dann, äh, läuft einem immer das Wasser im Mund zusammen und deshalb habe ich auch das... Und White Walker-Fleisch kriegen wir hier auch nicht. Bitte? Wie bitte? White Walker-Fleisch gibt's hier auch nicht. Musst du dann improvisieren. Ja, das ist dann einfach nur Pack-Eis. Das ist nichts, nichts weiter, da hast du einfach nur mit so einem, mit so einem Eispickel, frei nach Basic Instinct, Pack-Eis. Ja, genau, deshalb habe ich auch das Kochbuch hier, weil, äh, das Kochbuch hatte ich auch übrigens sehr zu empfehlen. Ähm, ja, so viel dazu. Also dann irgendwann bin ich ausgeschrieben, weil ich, ich habe mich einfach nur noch verarscht gefühlt vom Autor, weil er einfach, er macht, ja, naja. Aber sonst schreibt er ganz gut, also die Bücher sind an sich ganz gut geschrieben, soweit, ne? Da kann ich noch einen kleinen Nachtrag geben. Einer der Co-Autoren ist auch der Autor und Erfinder von The Expanse, also von George R. R. Martin, einer der Co-Autoren. Ah, okay. Und... Ja, ich weiß, du magst die Serie sehr und da kann man eben den Verweis auch darauf geben. Und ich finde auch, er verliert sich teilweise, wie bei Herr der Ringe, in sehr, sehr vielen Details. Da ist es in der Serie entschlackter und trotzdem, sobald es an die Schlachten geht, das ist so dermaßen episch, das kann die Serie nicht mehr ansatzweise so rüberbringen, wie das eben in, äh, wie das eben in den Büchern ist. Weil da ist eben kein Budget vorgesetzt, da ist es dann richtig episch und richtig detailliert. Ja, aber bei Herr der Ringe, muss ich sagen, da finde ich, beschreibt der Autor die Umgebung sehr schön und detailreich. Also, dass du dich wirklich... Sehr detailreich. Sehr detailreich. Sieht ein Grashalm. Ja, aber das finde ich gut, weil dann, du kannst dir sofort bildlich vorstellen, wo du dich befindest. Und, ähm, ja, ich finde, Herr der Ringe hat da aber keine Charaktere, so, die voll überflüssig sind, die baut er da nicht rein. Zumindest nicht so viele, also nicht so wie in Game of Thrones. In Game of Thrones hätte ich durchaus mehr, also in der Lied von Eis und Feuer, in den Büchern hätte ich durchaus mehr bessere Umgebungsbeschreibungen durchaus gelesen. Ja, und man muss dazu auch sagen, diese Kapitel werden ja auch nach den Charakteren benannt. Und ein paar Charaktere wechseln dann auch ab und zu mal die Identität, was dann noch zusätzlich für Verwirrung sorgt. Und George R. R. Martin liebt es, Cliffhanger zu schreiben. Also, du hast nicht selten da Situationen, wo Charaktere dem Tod nahe sind und Ende. Und dann hörst du gefühlt zehn Kapitel nichts mehr von denen. Also, der Spannungsaufbau ist dann auch ein bisschen ermüdend bei ihm. Ja, das ist, ähm, gerade bei diesen Cliffhanger merkst du halt richtig, dass George R. Martin auch mal fürs Fernsehen gearbeitet hat. Er hat ja... Zum Beispiel für die Schöne und das Biest-Serie. Genau, ja, ja, diese Schöne und das Biest-Serie, die man heutzutage irgendwie... Ich glaube, auf DVD, äh, auf dem zweiten Grabbeltisch findet gerade. Ähm, bei großen Elektrofachhändlern, die wir jetzt natürlich nicht beim Namen nennen wollen. Ähm, also... Mit unseren Ron Perlman als das Biest, also mit Hellboy. Stimmt, ja. Ja. Ja, ja, die, die, also gesehen habe ich die nicht, äh, ich hab mal irgendwie... So, so schlecht soll die gar nicht gewesen sein. Ähm, George R. Martin ist halt, ich hab mal irgendwie was gelesen, also er ist in erster Linie so eine Art, ja, Drehbuchdoktor auch eine Zeit lang gewesen fürs Fernsehen. Genau. Und er hat halt, äh, irgendwelche Skripte dann zurechtgeschustert, aber, ähm, er hat halt auch immer gesagt, also, er hat ursprünglich dann irgendwelche Skripte geschrieben, wo es dann hieß, ja, die Halle hatte 35 Feuerstellen. Und dann sind halt, äh, die, die Produzenten zu ihm gekommen, hör mal, das geht so nicht, das können wir nicht zeigen. Und dann musste er das halt immer anpassen und deshalb hat er auch unter anderem diese Bücher geschrieben, weil er jetzt hat, also in seiner Fantasie kann er halt machen, was er will. Ja, deshalb finde ich, also generell Bücher, also ein super künstlerisches Mittel, um so seine Geschichten auf Papier zu bringen. Na, auch was Comics angeht, das ist ja auch so dasselbe Comics, ein bisschen bildlicher, aber, äh, deshalb, ich, ich hab auch Bücher, also früher hab ich Bücher immer, also ich lese generell Bücher immer noch sehr gerne, aber ich hab grad einfach keine Zeit. Also, ich hab jetzt mittlerweile in den letzten Jahren das durch Comics ersetzt, weil ich einige Comic-Literatur-Klassiker irgendwie nachholen möchte und, ähm, ja, das, das schaff ich zeitlich einfach nicht mehr, dann noch Bücher dazwischen zu quetschen. Und als ich das erste Buch gelesen habe, dann bin ich bei den Charakteren teilweise, hab ich die öfters mal übersprungen oder dann bin ich wieder zurück, weil ich einen gewissen Charakter unbedingt weiterlesen wollte. Und dann dachte ich mir so, oh nein, jetzt kommt Cersei dran, die will ich aber nicht lesen, oh nein, jetzt kommt Tyrion dran, nee, jetzt will ich erstmal das mit Jon weiterlesen oder mit Daenerys weiterlesen. Oh nein, Sansa. Und ich hab das dann immer weitergeblättert und weitergeblättert und, ähm, und dann war ich dann fertig, weiß ich nicht, bin ich dann irgendwie so weiter hinten, nein, nein, du willst dich jetzt nicht spoilern lassen, jetzt gehst du wieder zurück. Und ich hab das ganze erste Buch irgendwie total durcheinander gelesen, weil ich nicht, nicht diese Cliffhanger, ich konnte damit einfach nicht, ich kam damit überhaupt nicht zurecht. Aber wir Deutschen haben da zusätzlich noch einen Anhang, der diese ganzen Charaktere listet. Nee, das gibt's im Original auch. Okay. Aber, äh, sie haben es ja im Deutschen, also mittlerweile ja nicht mehr, äh, äh, ich kann mich erinnern, ich hab ja im Einzelhandel gearbeitet, äh, und ich wurde jedes Mal, ich wurde jedes Mal nach den Büchern gefragt. Und dann sag ich ja, da stehen die, ja, aber da steht doch nicht Game of Thrones drauf. Das ist Game of Thrones. Ja, aber wo ist denn da, steht nicht Game of Thrones drauf, sondern das Lied von Eis und Feuer. Ja, die Serie heißt das Lied von Eis und Feuer. Ja, aber ich will Game of Thrones. Das ist das verdammte Buch. Nur noch, nur noch getoppt davon, äh, boah, ich, ich, ich weiß gar nicht, wie oft ich damals, weil da liefen halt auch die Filme noch im Kino, ich weiß nicht, wie oft ich nach der verdammten Hobbit-Trilogie gefragt wurde, äh, und die dann einfach nicht zufrieden waren, die dann einfach nicht zufrieden waren, als ich denen nur ein dünnes Buch in die Hand gedrückt habe. Ja, das hat aber auch keiner verstanden, ja, okay. Also, das, das, das war, ähm, also was man, was man jetzt hier zu Martin noch sagen kann, was man schon merkt, äh, dass Game of Thrones ursprünglich ja wirklich als Trilogie, eigentlich geplant war. Und das merkst du dem Ganzen durchaus an, da sind halt viele Sachen, die es dann doch irgendwie, also Stichwort Merene und so, die es halt dann doch irgendwie strecken, was mich persönlich jetzt nicht stört, ähm, aber, also man, man merkt halt schon, das Grundgerüst war schon, glaube ich, relativ früh da, auch bei der Serie, also die Macher haben ja gesagt, dass das Ende, worauf sie jetzt zusteuern, dass das seit der dritten Staffel, äh, feststeht. Aber meinst du jetzt eine Trilogie, sollte es eine Trilogie im Kino werden oder fürs TV? Ne, 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 eine Buchtrilogie. Achso, das Bücher meinst du auch so, hm. Genau, es sollten ursprünglich mal nur drei Bände werden und er hat's dann, ja, er hat sich, er hat sich halt wirklich in das Ganze verliebt, ne, ähnlich wie, äh, also was, was er mit Tolkien, äh, oder eher noch, was ihn von Tolkien unterscheidet, bei Tolkien hat man immer den Eindruck, dass er sich mehr für die Welt als für die Handlung interessiert. Also er hat ja auch zuerst, äh, was man ja wissen muss, Tolkien hat ja zuerst wirklich den ganzen Mittelerde-Kosmos erschaffen mit, mit etlichen Stammbäumen und allem möglichen anderen und, ja, weiß ich nicht, 9000 Jahre Vorgeschichte und dann hat er angefangen, äh, ja, weiß ich nicht, was, was mach ich jetzt damit und so. Ja, da wird's ja bald einen Kinofilm geben von, von Tolkien, von einem Autor, ein bisschen biografischer, biografischer Film. Na, okay, wollen wir das abkürzen, wollen wir dann jetzt anfangen? Ich wollte nur sagen, das strecken, merkst du auch, dass irgendwann auf einmal noch ein Dutzend Charaktere dazukommt. Ja, ja, ja. Also, schon allein mit Lady Stoneheart, was ich unfassbar schade finde, dass wir die jetzt endgültig nicht mehr zu sehen kriegen, aber, da hat ja Arya eigentlich ihren Teil eingenommen und schon einige auf der Liste gekillt. Ja, sie haben's, sie haben's durchaus ganz gut übertragen. Ich denke, auch Lady Stoneheart wäre vielleicht auch ein bisschen zu drüber gewesen für die Serie. Also, das, das ist eher was für den Buchkosmos und sie haben ja, also ich, was ich halt sehr schön finde, die Serie hat ja schon lange die Bücher eingeholt, aber es gibt immer diese schönen Wings halt an die, an die, an die Buchvorlage. Sei es jetzt nur irgendwie, dass, dass am Anfang von Staffel 7 dieser Song da gesungen wird von Ed Sheeran. Der war ja auch eine große Anspielung auf die Bücher, beziehungsweise auf diesen Subplot mit Tyrion und dem Baden. Aber gut, das führt jetzt soweit hier, glaube ich. Ich denke, wir kommen nachher noch zu ein paar Buchverweisen, aber haken wir das Thema erstmal ein bisschen ab und springen zur Folge an sich. Ist jetzt klar geworden, warum Pia die Bücher nicht leiden kann, deshalb hast du jetzt das Wort. Genau, eine Frage an euch. Das Intro, ist das jetzt ein bisschen anders gewesen, weil mir ist da jetzt kein Unterschied aufgefallen oder ich hab's nicht gesehen von der ersten Folge jetzt? Das ist geringfügig anders gewesen mit dem Unterschied, nämlich, das haben wir letztes Mal gar nicht erwähnt, also was schon generell der Unterschied ist zu den vorherigen Staffeln, dass wir beim Intro nicht mehr im Süden starten, sondern halt im Norden bei der zerstörten Mauer. Also wir starten ja jetzt im Norden und man konnte dann ja sehen, dass so langsam so eine Eisdecke halt irgendwie über die Ebene zugriecht. In der ersten Folge krocht die auf letzter Herr zu, was wir ja kurz gesehen haben. Diesmal sehen wir es auch, aber diesmal ist es komplett von Eis eingeschlossen und ja, diese Eisdecke schiebt sich dann jetzt langsam auf Winterfell zu. Das sind eigentlich so die Unterschiede. Was man allerdings noch vom letzten Mal ergänzen kann, ich hatte das ja irgendwie sehr unbeholfen Bandarolen genannt, ich nenne es jetzt immer noch so, scheißegal. Man hat ja also auf dieser Sonnenkonstruktion, die ja eigentlich aus der Zitadelle ist im Vorspann, da sieht man ja immer halt die vorherigen Begebenheiten und so weiter bei den vorherigen Staffeln. Und hier hat sich das insofern geändert, dass man da jetzt Darstellungen sieht zu den vorherigen Ereignissen. Also es wird beispielsweise die Rote Hochzeit gezeigt, es wird gezeigt, wie der Nachtkönig die Mauer niederreißt und man sieht dann sogar die Raben von Bran im Hintergrund. Und also sehr schöne Details tatsächlich. Also vor allem bei der Roten Hochzeit, da sieht man einen Löwen mit einem Fisch im Maul, also Haus Tully und gleichzeitig den gehäuteten Mann, der halt einen Kopf in der Hand hält. Also halt praktisch den Wolfskopf, also die Bortons haben die verraten und so weiter. Da steckt sehr viel drin, es ist tatsächlich sehr schön gemacht, war natürlich immer sehr schön detailliert, aber dass sie das jetzt so neu gemacht haben, sehr toll an der Stelle. Ja. Das war's dann. Okay, Patrick, wolltest du auch noch was dazu sagen zum Info? Ich hab nicht so auf den Vorspann geachtet, muss ich leider gestehen. Okay, super, dann kommen wir zur ersten Szene direkt schon. Und zwar beginnt das ja direkt im Anschluss zum Cliffhanger, zur ersten Folge, wo Jamie Bran begegnet ist. Und jetzt ist Jamie direkt sozusagen zum Verhör. Irgendwie steht er dann da vor Daenerys, Jon und Bran und Sansa, genau. Und Sansa. Sansa wollen wir auch noch erwähnen. Dass du Bran nicht als letztes genannt hast, weil den vergisst man ja manchmal. Der sitzt ja eigentlich nur in der Halle oder auf dem Hof. Wie so ein Klotz. Ja, genau. Dann steht Jamie erstmal da und da wird jetzt erstmal diskutiert, ob sie ihn jetzt überhaupt da behalten oder am Leben lassen oder was auch immer. Ja. Okay, dazu möchte ich direkt sagen, ich glaube, Daenerys war ziemlich angepisst. Also irgendwie hätte sie sich wohl anders entschieden. Vielleicht hat sie sich ein bisschen zurückgehalten, weil Jon und Sansa da anderer Meinung waren. Und Brienne hat sich ja eingesetzt für Jamie, was ich übrigens ziemlich cool fand, so von Brienne. Dass sie da jetzt auch mal sozusagen nochmal im Fokus der Folge kommt und mal ein bisschen gezeigt wird. Was sagt ihr dazu? Ich würde sagen, wären die anderen Charaktere nicht da gewesen, hätte Khaleesi direkt kurz einen Prozess mit Jamie gemacht. Also das ist klar. Ja, glaube ich, ehrlich gesagt auch, ja. Und es ist auch interessant, dass sie wieder, überhaupt ist es interessant, was es für Parallelen mittlerweile gibt in dieser Folge oder auch in der letzten zwischen Daenerys und ihrem Bruder Viserys, der ja mittlerweile verstorben ist. Oder aber auch zwischen Robert. Und sie sagt ja am Anfang auch, dass, ja, mein Bruder und ich, wir haben irgendwie jahrelang darüber nachgedacht, was wir mit demjenigen tun würden, der unseren Vater getötet hat. Richtig, richtig, ja. Dass sie so mein Bruder und ich, also so prinzipiell den Bruder erwähnt und dann, obwohl sie ihn damals auch so gehasst hat, sehr, sehr schwierig. Aber zu Daenerys wollte ich später auch nochmal zu den anderen Szenen kommen. Die geht mir in eine etwas krasse Richtung, ehrlich gesagt, die Frau. Ja. Ja. Ich hab sie kommen sehen, die Richtung, muss ich sagen. Es wurde immer wieder angeteasert mit Matt King, also überraschend kommt das leider echt nicht. Ja, jetzt ist halt die Frage, ob Viserys so nach seinem Vater kam, weil, also was mir zum Beispiel schon in der vorherigen Folge aufgefallen ist und da haben wir gar nicht drüber gesprochen, da ist ja diese Szene, wo, wo Sam mit ihr redet und dann halt erfährt, dass sie seine Familie verbrannt hat und da ist auch dieses, dass Sam irgendwie um Vergebung bittet, weil er Bücher aus der, aus der Zitadelle gestohlen hat und das Schwert. Und das Schwert. Genau. Und das, das, und dann Daenerys belächelt das so und sagt von wegen, ja, in der Zitadelle muss ich dann jetzt mal was ändern. Und das erinnerte mich richtig an die Szene aus der, ich glaub, zweiten Folge der ersten Staffel oder so, wo Jorah Mormont Viserys erzählt, warum er fliehen musste vor Ned Stark damals. Ja, ja, stimmt. Da heißt es dann auch, ja, unter meiner Regentschaft wird man für solche Belanglosigkeiten nicht verfolgt, ne. Und, also, sie, sie wird da Viserys ähnlich und dann auch später in der Szene, wo, ähm, wo sie dann, äh, Tyrion anfährt, äh, auch dann wegen Jaime natürlich, sagt sie, ja, ich, ich suche mir eine Hand, die es tut. Und genau das hat Robert in der ersten Staffel gesagt, als Ned sich geweigert hat, äh, irgendwelche Hescher zu schicken, um sie zu ermorden. Und dann sind wir wieder bei den Callbacks. Ja, es sind, also, es sind nicht ganz so viele wie, äh, in der ersten Folge, aber sie sind tatsächlich da, wenn auch ein bisschen subtiler. Und ich hab sogar auch ein Callback, und zwar sagt Bran ja zu Jaime, was man nicht für die Liebe tut. Ja, 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 ja. Sagt er auch, und, und Jaime ist ihm da überhaupt bewusst, dass, ähm, Bran den anderen bisher überhaupt nichts von, von dem Schubz da aus dem Turm erzählt hat. Und, ähm, dass Bran sich durchaus daran erinnern kann, ne, also, dass er keinen Gedächtnisverlust sozusagen mehr hat. Und ich finde das ziemlich nett, ja. Dass er dann sagt, ja, wir können jeden Mann im Krieg gebrauchen, dass dann immer wieder so diese Umschwenk sind, die hast du in dieser Folge auch öfter, dass die noch trotzdem ihre Konflikte haben und dann wegen dem Krieg die erstmal beiseite legen und dann sich doch erstmal wieder vertragen. Das fand ich so ein schönes Ding an der Folge. Ich fand tatsächlich den Moment sehr schön, wo, äh, also, der Moment, wo, äh, Brienne, äh, aktiv wird und sich halt für Jaime verbirgt, das ist nämlich genau da, wo Jaime sagt, ihm geht's nicht mehr um Treue oder um Häuser, äh, sondern halt um die Lebenden gegen die Toten. Und das ist auch nochmal ein schöner Rückbezug auf diesen, äh, Moment aus dem letzten Staffelfinale, wo, wo, äh, Brienne ihn halt beiseite nimmt und sagt, äh, ja, fuck, äh, Loyalty. Also, scheiß auf Treue, ne, und das, das war tatsächlich sehr schön, ja. Dass sich dann doch ausgerechnet der Jorah Mormont für Tyrion einsetzt, das fand ich auch ziemlich klasse. Ja, stimmt. Aber da, ja, ich glaube, das geht später zu. Ja, man merkt dann aber auch, dass Daenerys sich immer noch sehr von ihrem Umfeld beeinflussen lässt. Oh ja. Da wird immer an den Entscheidungen so ein bisschen reingeredet oder zumindest ein bisschen, ähm, beigeholfen und ich hab das Gefühl, wenn gewisse Personen dann dahin scheiden, dass sie, also wenn sie nicht mehr diese Stütze hat, dass das vielleicht aus Daenerys ganz, ganz schnell eine ganz andere Person wird. Und sie wird so ein bisschen noch zurückgehalten von ihren eigenen Leuten. Ja, so was, was, was schon in Staffel 7 durchkam, dass sie irgendwie gar keinen Plan hatten, was nach ihr kommen soll, zum Beispiel. Das kam hier auch wieder zu, äh, zur Geltung. Also, dass, dass es für sie als selbstverständlich gilt, dass sie einfach den eisernen Thron besteigt. Und, äh, da kommen wir dann jetzt vielleicht auch, ja, ich weiß nicht, kommen wir dann jetzt zu der Szene zwischen ihr und Sansa? Oder ist da noch was? Ja, ne, ne, das, ähm, jetzt, also die, die nächste Szene wäre jetzt direkt die gewesen mit Gendry und, und Arya bei der Schmiede, ähm, dass sie ja, ähm, die Waffe jetzt haben wollte. Genau, das müssen wir ja noch, äh, rekapitulieren aus der, aus der ersten Folge, da hatten wir das tatsächlich, äh, vergessen. Hatten wir das gar nicht erwähnt, okay, die Waffe, die Waffe auf der Skizze. Weil die Waffe auf der Skizze sah in der ersten Folge so für mich aus, dass das ein Stab wäre, den sie auseinandernehmen könnte. Und, äh, also als Stab oder als zweihändige Waffe führen kann. So kam das bei mir vor. So ein bisschen wie der Stock von Nightwing, wenn du so bist. Ja, genau. Nur ohne Elektro, äh, äh, Dinge. Ja. Ja, also ich, ich muss zugeben, ähm, im, äh, anderen Podcast hab ich, äh, vermutet, äh, und ich, ich muss zugeben, im Nachhinein war das echt dämlich, äh, ich hatte eigentlich erst gedacht, es ist eine, äh, sie, sie, sie will einfach eine Pfeilspitze irgendwie aus Drachenglas haben, um halt den Nightking zu töten oder sowas. Weil sie dann hier auch nochmal mit Bogen gezeigt wird später. Und auch in den, den Trailern. Aber ich glaub, das ist eher so eine, also es wurde ja von einigem Internet vermutet, dass es so eine Art Aufsatz ist, irgendwie für ihren, äh, valyrischen Dolch. Aber es scheint eher jetzt so ein, ja, so ein, so ein Drachenglas-Sperr zu sein, den man halt irgendwie abfeuern kann oder sowas. Abfeuern. Ich weiß es nicht. Also wie der letztendlich funktionierter Stab, das werden wir, glaub ich, später. Ich glaube, Arya wird sowieso eine ordentliche Kampfeinlage bekommen. Oh ja. Dann, äh, in der nächsten Fall. Ja, spätestens nächste Woche werden wir das sehen und ich bin eh neulich. Und dann werden wahrscheinlich alle, die Arya sehen, werden wahrscheinlich die Augapfel rausfallen, weil sie damit nicht gerechtigt haben. Das ist, deshalb kommen wir nochmal zur aktuellen Szene. Ähm, Arya muss Gendry sozusagen erstmal zeigen oder deutet ihm sozusagen an, dass sie sehr wohl mit Waffen umgehen kann. Weil Gendry, ähm, bietet ihr erstmal an, dass sie sich in der Krypta mit den anderen Frauen und Kinder sozusagen zurückziehen soll, ne? Er hat ja überhaupt keine Ahnung, wie sie so kämpferisch drauf ist. Und sie musste ihm dann erstmal zeigen, indem sie da drei, ähm, Dolch oder drei Schwertspitzen erstmal gegen die Wand, äh, schmettert. Ja. Äh, dass das bei ihr vielleicht anders sein könnte, dass sie durchaus, ne? Und dann meinte er so, ja, ja, ich setz mich sofort ran und die Waffe fertig zu machen. Und wo der, äh, durchaus dann seiner Meinung bekehrt. Und, ähm, und ja, und man merkt auch, dass sie selbst keine Ahnung hat, wie die weißen Wanderer aussehen, ähm, was das für, was das für Wesen sind. Sie versucht halt aus ihm herauszukriegen, wie die aussehen, was sie, also wie die wirken, was für Wesen das sind. Und es ist halt schwer zu erklären für jemanden, äh, der denen noch nicht begegnet ist. Ja, ihre Fragen wirken da halt auch so, so kindlich naiv fast schon, ne? Oh ja. Also, das, das ist so generell, äh, interessant, hatte ich ja auch schon, ähm, ähm, in der letzten Folge angemerkt, dass, ähm, dass das Arya so, so doch wieder jetzt ein bisschen mehr Menschlichkeit abkriegt. Weil man muss ja sagen, in Staffel 7 war sie schon ziemlich, ja, distanziert und kalt, irgendwie ähnlich wie Bran. Und das bricht sich jetzt aber durchaus, äh, durchaus, äh, sehr angenehm auf, wie ich finde. Ja, ich glaube, das auch, passiert auch durch die Menschen in ihrem Umfeld jetzt, äh, denen sie jetzt wieder begegnet ist. Deshalb, ähm, meine ich ja so, dass viele Menschen in dieser Serie durch die Menschen in ihrem Umfeld beeinflusst werden. Das ist nicht nur bei den Nehres so, sondern auch bei Arya, schätze ich mal. Ja, ja, klar. Der Hauen ist ja auch da. Ja. 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 Ähm, okay, wollte ich dazu, dass sie da noch was sagen? Sonst kämen wir zu Bran und Jaime, wie sie sich dann bei, wie heißt der Ort nochmal? Ähm, im Götterhain. Im Götterhain da treffen, genau. Vor dem Wehrholzbaum, genau. Ja, ich hatte so weit dazu, ist eigentlich nichts mehr. Also, ähm, ich bin halt, ich fand ihre Pose halt mit denen, ja, es war halt so richtig diese Besserwerfen-Nummer, fand ich halt irgendwie nicht schlecht. Ähm, was mir allerdings schon in der Szene, äh, echt negativ aufgefallen ist, generell bei der ganzen Folge. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber, äh, ich hab sie ja vorhin, äh, noch mal ein zweites Mal geguckt, äh, und hab dann jetzt tatsächlich die Helligkeit von meinem, äh, 4K-Fernseher sehr hoch gedreht. Weil die ganze Folge ist zappenduster. Ich weiß nicht, wie das bei euch rüberkam. Ähm, ich hab zwar ein Kernproblem gehabt. Nee, man hat ja noch das Wichtigste erkennen können. Das ist nicht wie bei Alien vs. Predator, wo die dann im Halbdunkeln gegeneinander kämpfen und du siehst nix. Ja, gut. Ja, es ist... Also man merkt, man merkt ja schon, dass es sehr dunkel ist, dass es immer dunkler wird und, ähm, man hat auch durch die Dreharbeiten, ich hab ein bisschen was für eine Dreharbeit mitgekriegt, dass ziemlich viele Folgen, ich glaub, spielen teilweise nur in der Nacht, oder die Schlacht wird nur in der Nacht stattfinden. Irgendwie soll das sehr dunkel auf jeden Fall werden. Ja, das... Aber ich hatte jetzt mit meinem Fernseher kein Problem, vielleicht lag das an dem Fernseher. Also ich hab ja jetzt so ein... Ja, nee, also Sky-Ticket übermittelt ja kein HDR und die machen auch kein 4K. Ähm, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ja. Bei mir, also ich hatte jetzt keine Probleme. Also ich hab's aber auch dunkel gehabt, ne? Also ich hab komplett, das ganze Zimmer war abgedunkelt. Ja gut, du hast das, äh, frühmorgens... Ich hab's auch... Ja. Na, aber du kannst dann die Vorhänge zumachen dann. Naja. Ja, also... Ich dunkel es auch fast immer ab, wenn ich Filme gucke. Ja, ich dunkel immer alles ab, sonst kann ich generell nichts sehen, weil dann auch, ähm, der Bildschirm abblendet. Es hat sich dann hier halt nochmal so ein, äh... Spiegelt. Ich kann mich erinnern, als, äh, der letzte Trailer rauskam, also es gab ja, glaub ich, noch einen Teaser und dann den Trailer, äh, und danach, glaub ich, noch einen Teaser, aber egal. Äh, der lange Trailer, dass, äh, da auch schon halt irgendwie auf Twitter, äh, ein bisschen, äh, Radau war, dass das Ganze halt ziemlich dunkel ist. Und das hat sich dann jetzt hier für mich so in der eigentlichen Folge verfestigt, aber gut. Ja, kommt vielleicht auch auf dem, auf das Gerät an, auf das Endgerät an und wie du das, dein Zimmer abdunkelst. Also ich würde empfehlen, immer das Zimmer abzudunkeln. Also auch für unsere Hörer, dunkelt eure Zimmer jetzt für die zukünftigen Folgen auf jeden Fall ab. Ja, so spätestens für die nächste, die dann, äh, nur in der Nacht spielt. Und dann wahrscheinlich, äh, ja. Also was wir noch anmerken sollten, äh, das Ganze ist ja eine reine Winterfellfolge, deshalb liegt, also daran liegt es halt wahrscheinlich auch, weil das Color Grading im Norden ist ja immer ziemlich, äh, äh, untersaturiert gewesen, ne? Also schon immer, im, im Süden die Farben sind ja ganz anders. Ja, genau. Okay, Jamie und Bran, ähm, die begegnen sich jetzt, ähm, unter vier Augen und können sich sozusagen jetzt ein bisschen unterhalten. Und, ähm, Jamie, äh, meinte zu Bran, wieso hast du nichts erzählt und, ähm, und es tut, es täte ihm leid und so weiter. Und dann meinte Bran ja, ja, ähm, damals tat es dir aber nicht leid und, ähm, wäre das nicht passiert, wärst du jetzt ein anderer Mensch und er wäre immer noch Bran und, und dann deutet er auch an, dass er nicht mehr Bran ist, sondern was anderes ist. Ja, ähm, ähm, ja, und dass er halt eben sagt, ja, wenn er jetzt das allen Leuten erzählt hätte, dann wäre er wahrscheinlich jetzt schon tot. Genau. Wobei man sich jetzt auch fragt, ob Jamie als einhändiger Ritter jetzt so wahnsinnig die Verstärkung ist, ne? Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich denke nach wie vor, dass er noch gut kämpfen kann, aber er ist schon deutlich beeinträchtigt. Das war ja auch so eine der Ironien, die typisch George R. R. Martin ist, dass der Kämpfer seine Hand verliert und das wie bei Theon, dass der, der doch im Bordell ist, seinen Schwanz verliert. Also es ist so typisch diese George R. R. Martin-Lektionsstunde. Ja, ja, das stimmt. Die er da gebracht hat. Oder dass Oberyn, wo er so überheblich wird, dann direkt den Kopf zerdrückt bekommt. Ja, stimmt. Der war ja auch relativ temperamentvoll, also, äh, heißblütig, heißer Kopf. Ja, genau. Da ist die Symbolik schon sehr eindeutig, was das angeht. Ja, also Jamie, äh, muss man ja noch sagen, die Stelle, wo, also das, das wurde ja auch von Brienne direkt referiert vor Daenerys. Also der, der, der Grund oder das Ereignis, wo Jamie seine Hand verloren hat, ne? Mhm. Da wurde ja auch, äh, also das, das hat sie ja dann nochmal, das war auch wahrscheinlich so sein kleiner Befreiungsschlag, weil Daenerys war wirklich schon drauf und dran, ja, weiß ich nicht. Also, Jamie wäre wahrscheinlich, äh, in Flammen aufgegangen, denke ich mal, wenn andere nicht dabei gewesen wären. Wenn, wenn, wenn Tyrion nicht dabei gewesen wäre, wenn Brienne nicht dabei gewesen wäre. Aber Gott sei Dank nicht, weil ich mag Jamie sehr gerne. Ja. Ja, genau. Also ich kann zu der Szene auch nicht viel sagen, weil es war halt so eine Unterhaltung, die, es kam mir auch irgendwie so vor als Teaser, so für die nächsten Folgen, also ich fand's jetzt nicht sehr bedeutsam irgendwie. Ja, es ist, ja, es ist, ja, Bran ist halt, äh, eine sehr dröge Figur, sagen wir es mal so, also. Also, Jamie ist ja auch irgendwie relativ perplex, als Bran so sagt, ja, ich bin ja nicht mehr Bran Stark, ja, wer seid ihr dann? Ja, irgendwas anderes. Ja, ich glaub, das würde Jamie auch nicht verstehen, wenn Bran das einfach nicht mal so erklären würde, was oder wer er jetzt ist. Bran ist so ein bisschen aktuell der Doktor Manhattan von Game of Thrones, wenn du so nimmst. Ja, ja, wahrscheinlich, äh, irgendwann wechselt er da wahrscheinlich so ein bisschen in den, in den Avatar-Zustand, äh, wenn's hart auf hart kommt in, äh, Folge 3 dann wahrscheinlich. Also ich glaube, ja, ich glaube ja, dass Bran, er kann ja Tiere befehligen, also Tiere oder zumindest Menschen, die nicht so eine starke, starke Willenskraft haben oder so, ne, aber ich glaube, ich kann, er kann vielleicht auch Drachen, ähm, befehligen oder lenken, vielleicht. Wird das später noch wichtig sein? Ja, vielleicht, dass er den Night King dann seinen Autopiloten abstellt und dann irgendwo gegensteuert. Wir wissen's ja noch nicht. Naja, das weiß ich nicht, weil der, der ist ja irgendwie untot, der Drache. Ähm, weiß nicht, ob er das mit Untoten auch machen kann, weil, ach, naja. Ja, okay, das sind ja wieder Theorien jetzt. Okay. Ja, ich weiß, du magst Theorien nicht so. Das lässt sich nicht vermeiden bei der Serie. Ja, auf jeden Fall, Bran, äh, vor allen Dingen, er hat ja später auch erwähnt bei dieser Besprechung, dass er, äh, er kann ja in die Vergangenheit sehen und in die Gegenwart sehen und er hat gesagt, es hat noch niemand versucht, Drachenfeuer gegen die weißen Wanderer zu verwenden. Ja, wie denn? Das wäre also das erste Mal jetzt, wenn das jemand machen würde. Das wäre Premiere. Wenn man theoretisch jetzt einfach alle verbrennen würde mit dem Drachenfeuer, dann wäre das ja von, ja, von einer Sekunde auf der anderen Sekunde dann sozusagen erledigt eigentlich. Ja, ne, aber da hab ich mich auch gefreut. Ja, dann wird die nächste Folge doch wieder ein bisschen heller, als ich das gehört hab. Ja, genau. Spätestens, wenn die, wenn die, äh, Dämmerung dann anbricht, äh, Hope for Spring. Genau. Ähm, was noch ein interessantes Detail war, das ist ja eigentlich in der späteren Szene, aber das greifen wir jetzt einfach mal vor, äh, dass Bran sagt, dass er ja, ähm, also es scheint mehrere, äh, dreiäugige Raben gegeben zu haben. Also tatsächlich eine ganze Linie davon. Wieso hat er das, was hat er später? Verstehe ich nicht. Er sagt auf jeden Fall, dass es mehrere, dreiäugige Raben schon gibt. Ja, nacheinander, aber es gab doch nur, nur einen immer, oder nicht? Jaja, es gibt wohl immer nur einen, genauso wie in, in Star Wars bei den Sith, äh, darf es ja auch immer nur zwei geben. Ist so eine Regel wahrscheinlich. Also, weil, der eineäugige Raben ist ja irgendwie auch ein Unikat, aber die geben das ja anscheinend, also diese, diese Kräfte geben die ja anscheinend immer wieder weiter. Und, was man noch sagen kann, dass Bran dann auch erwähnt, dass gegenüber dem, ja, kann man Kriegsrat, glaube ich, nennen. Also, da stehen gefühlt alle Figuren herum und besprechen halt mehr oder weniger die Belagungstaktik und Bran sagt dann ja, dass, äh, er praktisch den Lockvogel geben will für den Nachtkönig. Ja. Ja, also, dass er im Götterhain auf ihn wartet und das ist dann ja auch wieder ein Rückbezug auf den, den vorherigen, dreiäugigen Raben, weil der steckt der ja in einem Wehrholzbaum fest. Ja, stimmt, ja. Und das wurde ja auch in den Büchern angedeutet, da hat er ja auch eine Zeit lang im Wehrholzbaum gesteckt und dann hat er die Jahrzehnte oder Jahrhunderte an sich vorbeiziehen sehen und hat dadurch einiges erfahren. Ja, was soll man auch sonst machen, wenn man in einem Baum feststeckt, ne? Ja, interessant, vielleicht wird Bran sich auch in einen Baum hinein manifestieren oder so, wer weiß, wer weiß. Ja, das wär's doch. So, ich bin im Baum. Also, das wär die perfekte Rolle für ihn, ich meine, er steht eh eigentlich nur rum. Sitzt rum. Ja. Wasser braucht er dann auch nicht mehr oder, ja, doch, dann schon, aber. Oder niemandem, der ihn noch einen Schubs gibt. Also, er scheint ja irgendwie kein Essen zu brauchen, kein Wasser, gar nichts, ne? Also, du siehst den irgendwie nie. Den siehst du denn essen? Also, du siehst den ja dann auch nicht essen, außer die Kinder da, die ihr Essen da geholt haben. Ja, gut, stimmt natürlich. Ja, aber trotzdem, also, Bran steht irgendwie stundenlang mit seinem Rollstuhl in der bitterkalten Kälte oder so, aber. Ja, gut, der hat, der hat, der hat jenseits der Mauer gelebt, der weiß, was ein hartes Leben ist. Aber wieso war der andere Rabe nicht so emotionslos? Äh. Wäre für mich die andere Frage gewesen. Der war auch relativ, ja, weiß ich nicht, der war eher so vergrämt. Also, es ist halt Max von Südo gewesen, mein Gott. Okay, ja, wollen wir zur nächsten Szene kommen, wo Tyrion und Jaime, ähm, sich halt treffen und dann meinen die so, ja, wir kommen jetzt wieder zusammen, zwei Brüder und so weiter. Ähm, dass Tyrion weist nochmal darauf hin, dass, ähm, nee, Jaime erzählt erstmal, dass, äh, Cersei beide belogen hat und Tyrion meinte dann so, ja, aber du wusstest die ganze Zeit, wer Cersei ist und wie sie ist und du hast sie trotzdem geliebt. Ja, und dann, was, was ich ganz, ganz wichtig fand, Tyrion hatte dann später nochmal erwähnt, dass er, dachte er stirbt, wenn, wie war das, mit 80 Jahren, ähm, ähm, irgendwie mit einem Schwanz, äh, mit seinem Schwanz in der Hure. Ja, irgendwie sowas, ne? Im eigenen Bett, im Alter von 80. Was mich aber wundert, es, oder vielleicht sollte es auch so sein, er hatte mal, ich glaub in der vierten oder fünften Staffel bei Daenerys direkt erwähnt, dass, da hat er eine andere Vorstellung gehabt, er wollte, er hatte irgendwie ein Weingut oder so, hätte er gehabt, dass er auf einem Weingut, äh, stirbt oder so, also er hatte da, Nö, das wünscht er sich, er wünscht sich generell sein eigenes Weingut, wenn das alles zu Ende ist, wünscht er sich sein eigenes Weingut, das hat jetzt nix unbedingt mit seinem Punkt. Ach so, ach so, okay, weil ich dachte vielleicht, du weißt es doch durch Cersei, die sind dem Wein alle nicht abgeneigt. Ja, ich dachte, vielleicht erzählt er das, weil irgendwie die Hoffnung jetzt so ein bisschen verliert, ich glaube, die denken alle, sie sterben irgendwie jetzt in der folgenden Nacht, die Hoffnung geht so ziemlich flöten. Ja, nachvollziehbar, nachvollziehbar, also, das, es, es mündet für mich, also, hatte ich ja vorhin auch schon im Vorgespräch gesagt, äh, die erste Folge war ja schon recht nostalgisch, das ist die hier auch noch, aber die mündet hier irgendwann in so eine wirkliche Melancholie, weil die sehen halt wirklich alle, naja, so langsam ihren Tod heranrücken und ich fand's auch sehr ironisch, wie Jaime und Tyrion dann so, so trocken zueinander meinen, ja, wer hätte gedacht, dass wir in Winterfell sterben und wenn unser Vater uns jetzt sehen könnte, wir sterben bei der Verteidigung von Winterfell. Ja, aber da fand ich die Nostalgie nicht ganz so gewollt, die war deutlich subtiler und gerade dieses nostalgische, also, das dann in der Melancholie, weil die merken ja wirklich, das könnte für alle jetzt die letzte Stunde sein und dann machen sie eben das, was sie die ganze Zeit machen oder hängen auch mit anderen ab und trinken erstmal nochmal ordentlich ein. Genau, wie, 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 wie der Hund erzählt hat, das ist wie auf einer Hochzeit hier, das ist doch furchtbar. Das hatte ich, genau diesen Gedanken, bevor er den ausgesprochen hat, genau diesen Gedanken hatte ich auch, entweder wie auf einer Beerdigung oder wie auf einer Hochzeit, weil sich ganz viele Leute wieder treffen, die sie sich jahrelang halt nicht mehr gesehen haben, ne. Ja, die, die erste Folge war die Hochzeit, das hier ist eher so ein, ja, hier ist hier schon so eine leichte Begräbnis-Stimmung, ne. Ja, eigentlich schon. Ja, die nächste Szene wäre dann, wo Jamie, Brienne, also direkt als Jamie sich mit Tyrion unterhalten hat, da hat er erstmal Brienne dann von oben beobachtet. Und da habe ich schon so einen kleinen, weiß ich nicht, irgendwie so einen Funken gesehen, irgendwas ist auch zwischen den beiden, ne. Hat man ja auch schon in den anderen Staffeln gesehen und Jamie begegnet dann Brienne und macht ihr wohl irgendwie Komplimente oder unterhält sich ganz normal mit ihr und Brienne schon völlig verwirrt. Wieso beleidigt ihr mich nicht? Was soll denn das hier für ein Gespräch sein? Was ist denn das? Und kürzelt doch nicht so rum. Was, was, Patrick, was sagst du dazu? Das fand ich ganz nett, dass die sich mit so einer Art Respekt entgegentreten, weil man weiß ja, wie sie sich kennengelernt haben. Quasi, wie kann man es sagen, wie bei so einem Kidnapping, so dieses, diese Zwangsfreundschaft, die sich zu was ziemlich Großem entwickelt hat. Stockholm-Syndrom, ne? Genau, darauf wollte ich hinaus. Ja, ja, so ein bisschen. Der ist so Stockholm-Syndrom-artig und dann hat sich daraus eine ziemlich intensive Freundschaft entwickelt. Also quasi das Gegenteil von dem, was Aria mit dem Hound durchgemacht hat. Ich muss dazugeben, die ganze Szene, ich hatte es ja in der letzten Folge schon gesagt, dass die Macher sich von Helms Klamm inspirieren lassen, von Herr der Ringe. Und das sehe ich jetzt hier tatsächlich auch, weil diese Szene hat mich sehr an einer aus Herr der Ringe erinnert, nämlich wo Eowyn unbedingt will, dass Aragorn verandert, dass sie an seiner Seite kämpfen kann und nicht in die Katakomben muss oder in die Höhlen. Stimmt. Das hat mich da tatsächlich sehr daran erinnert, das ist nur praktisch umgedreht jetzt. Ja. Und ein Stück weit, naja, Brienne hat durchaus gewisse Parallelen, auch zu Eowyn, sage ich mal. Eowyn, die dann auch ein bisschen verknallt in Aragorn war. Stimmt. Ja, aber auch eher so ein Respektsverhältnis. Und so ähnlich stelle ich mir das auch zwischen Brienne und Jamie vor, weil wirklich so offen zeigen tun die ihre Zuneigung nicht zueinander. Also es ist stark von Respekt geprägt und sie sind ja auch beide, ja, Ritter so gesehen. Auch wenn Brienne noch nicht, aber da sind wir noch nicht. Aber man kann dazu auch sagen, in den Büchern, da empfindet er durchaus mehr für Brienne und ist da selber über sich erschrocken. Er empfindet hier auch sehr viel für Brienne. Er zeigt es nur halt nicht so offen und er ist halt auch immer noch, also in dem, naja, es ist halt noch nicht so lange her, dass er seine Schwester verlassen hat. Und das war auch wohl ein endgültiger Bruch mit ihr, weil im Gespräch mit Tyrion heißt es ja auch wirklich von wegen, er hat seine Schwester trotzdem geliebt. Stimmt, Vergangenheit. Genau, da muss ich noch hinzufügen, ich fand sehr geil, wo Tyrion gesagt hat, es ist sehr schön, dass ich jetzt nicht so sterbe oder dass ich nicht sterbe durch Cersei, aber wenn ich dann tot bin, dann kann ich sie heimsuchen als Leiche. Ja. Das ist so eine richtig bittere, melancholische Note zieht sich durch diese Folge, finde ich. Auch quasi so ein kleiner Verweis auf die Bücher, da war ja Tyrion eine Zeit lang weg und Cersei ist immer mehr den Wahnsinn verfallen und sie dachte, Tyrion würde in den Wänden hausen und sie heimsuchen. Okay, das weiß ich schon gar nicht mehr, aber Cersei ist im Buch auch deutlich mehr auf Mad Queen gemünzt, würde ich sagen, als in der Serie. Oh ja. Aber gut, ich würde noch gerne eine Szene dazwischen schieben und zwar eine ganz kurze eigentlich nur, nämlich eine zwischen Sansa und Theon, die ich tatsächlich sehr schön fand. Die wollte ich auch erwähnen, ja, das war wirklich ein richtig schönes Wiedersehen. Ja. Vor allem die beiden haben unter demselben Peiniger gelebt. Eben. Und als sie sich wiedersehen, das ist das erste Mal, dass bei Sansa dieser Panzer herausfällt und sie ihren emotionenfreien Lauf lässt. Als sie Jon umarmt hat, da hat sie nur Kalesi noch so böse angeguckt und gemustert, weil da hat sie sich wirklich ihren Gefühlen hingegeben. Ja. Man merkt auch, dass bei Theon, da ist, die haben eine Schwäche füreinander entwickelt. Also Theon spätestens da, wo er sie halt, also mit ihr geflohen ist. Und er sagt dann ja auch, als sie unterwegs sind, sagt er auch, ja, ich hätte dich zur Mauer gebracht, ich hätte dafür mein Leben gegeben und so weiter. Und ich nehme an, Sansa ist auch einer der Gründe, warum er zurückgekommen ist nach Winterfell und jetzt dann halt für die Starks kämpfen will. Also das hat die Szene ziemlich herausgearbeitet. Ja, die fand ich auch sehr, sehr schön. Ich habe auch ein bisschen Tränchen in den Augen gehabt. Ja, die war auch wirklich schön. Die sind ein schönes, irgendwie haben die beiden was zusammen, auch wenn, ja gut, so viel laufen wird da nicht, weil, ja. Ja, aber vielleicht ist das wirklich das, was sie braucht, so eine asexuelle Beziehung, wo sie keine Angst hat, vergewaltigt werden zu müssen. Auch asexuell wird die ja nicht sein. Also wir hatten ja auch schon Eunuchen-Sex in der Serie. Nein, ich weiß nicht. Also Theon hat ja damals Winterfell irgendwie erobert und ziemlich viele Leute umgebracht. Es ist immer eine Frage, wie weit so eine Vergebung gehen kann. Natürlich hat Theon sie da irgendwie rausgeholt und befreit. Beide haben echt viel Scheiße durchgemacht. Also sie wurden ja beide sozusagen gefoltert. Das ist das Unmögliche da. Aber wie weit dann? Also für mich ist das ein bisschen grenzwert. Ich glaube nicht, dass das eine romantische Beziehung sein wird, weil das einfach zu viel passiert, glaube ich. Nee, aber man kann ja schon mal sagen, kurz bevor die Folge zu Ende ging, haben die beiden ja noch miteinander abgehangen. Natürlich, ja. Ja, ich denke eh, dass Theon, also das deutete sich ja schon an, da können wir dann auch den Bogen schlagen zu Bran vorhin. Ja. Theon hat sich ja bereits erklärt, Bran im Götterhain zu beschützen mit den Eisenmännern. Und ich denke mal, dass er dabei sterben wird. Und dass dann die Schwester irgendwie mit ihrer Truppe auf die letzte Minute reinkommt und dann wahrscheinlich Theon sterben sieht. So diese Art bittersüßes Ende, die George R. Martin bevorzugt. Ja, höchstwahrscheinlich. Naja, er hat ja da in der Serie jetzt nicht mehr viel zu sagen. Also es sind dann wahrscheinlich die Produzenten. Ja, aber es ist halt so seine Note, seine Art des Geschichtenerzählens, die da immer noch drinsteckt. Und sie versuchen schon, seinen Ton zu treffen. Ja, meistens. Also manchmal geht es auch ein bisschen daneben, aber gut. Ja, wollen wir wieder zurück zur ursprünglichen Handlung, wo wir dann noch jetzt zur nächsten Szene, wer Daenerys und, wie hieß der, der Mormont? Mormont. Jorah Mormont. Mormont, ja. Jorah, genau. Die kommen dann zusammen und nochmal und er empfiehlt ihr dann halt Tyrion zu vergeben, den Fehler zu vergeben, den er gemacht hat, weil ja alle Fehler gemacht haben. Daenerys hat Fehler gemacht, er hat Fehler gemacht. Ja, aber das ist schon lange vergessen, vergeben und so weiter. Ja, aber Fehler haben wir trotzdem alle gemacht. Und er wollte, er hatte nochmal erwähnt, dass ihm sein Herz gebrochen wurde, weil er ja auch gerne die erste Hand von Daenerys gewesen wäre. Und, ähm, aber er unterstützt trotzdem Tyrion in seinem aktuellen Stand. Ja, genau, da wollte ich wieder darauf zurückkommen, was ich am Anfang gesagt hatte. Daenerys wird der Daenerys wird sehr, sehr beeinflusst. Und man hat dann gesehen, nachdem das Gespräch stattfand, dass, ähm, sie Tyrion und später wieder, ähm, sozusagen, wieder respektvoller behandelt hat und sozusagen nicht mehr über seinen Fehler gesprochen hat und das sozusagen für sie in dem Sinne erledigt war. Ja, und, ähm, ja, und dann hat der Jura irgendwie gemeint, ich hab noch eine Bitte. Und dann gab's dann direkt die Szene mit Sansa und Daenerys. Stimmt, ja. Da hab ich aber nicht ganz verstanden. Was meint der denn jetzt? Ich hab eine Bitte. Sollte sie sich jetzt einfach nur mit Sansa zusammensetzen und versöhnen? Oder sollte sie, was, 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 was für eine Bitte war das denn jetzt? Das hab ich nicht so ganz verstanden. Vielleicht sollten wir das noch nicht komplett erfahren, aber ich denke, dass diese Bitte mit Sansa zu tun hatte. Ja, es geht wohl auch irgendwie darauf zurück, dass, ähm, ja, das ist ja irgendwie auch eine diplomatische Geste und wiederum, also er hat sie ja auch daran erinnert oder Daenerys sagt es dann ja auch, warum sie Tyrion zu ihrer Hand gemacht hat, nämlich wegen seines scharfen Verstandes und seiner Cleverness, die ja jetzt leider, das muss ich, also ich bin großer Tyrion und auch Peter Dinklage-Fan, aber ich weiß nicht so wirklich, was ich davon halten soll, dass er tatsächlich reingefallen ist. Das ist so schwierig tatsächlich für mich, weil, ähm, er wirkt nicht mehr ganz so smart wie früher. Ja, also was, was heißt nicht so, ich, 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 ich glaube, dass er sich mittlerweile zu sehr als Diplomat, äh, betätigt und nicht mehr so der Stratege ist tatsächlich, dass er irgendwie eigentlich nur noch versucht, Kompromisse zu finden und Wogen zu glätten, aber manchmal dann halt nicht so, also konnte man ja damals schon in der Sklaven- bzw. jetzt Drachenbucht sehen, äh, nur da konnte man es dann noch irgendwie entschuldigen, dass er halt diese, äh, äh, Herren, äh, diese, äh, Sklavenherren, dass er die halt nicht wirklich kannte, aber Daenerys ist ja vor allem enttäuscht von ihm, dass er auf seine eigene Schwester reingefallen ist, die er eigentlich glaubte zu kennen. Und ich muss zugeben, ich finde es auch ein bisschen enttäuschend, dass, ähm, ich meine, es gab ja die wildesten Theorien über, über Tyrions, äh, Absichten in dieser Staffel. Also, ob er jetzt irgendwie Daenerys verrät, ob er sich mit Cersei letzten Endes doch noch verschworen hat. Ja, gegenüber Jaime sagt er dann ja auch in der vorherigen Szene, ja, Cersei hat mir erzählt, die, die Schwangerschaft hätte sie verändert und das habe ich ihr abgekauft. Und, dass es eben nicht so ist, also, er stellt dann ja sogar auch in Frage, ob die Schwangerschaft überhaupt echt war oder ob die nur vorgeschoben war. Aber die scheint wohl wirklich echt gewesen zu sein, meint jedenfalls Jaime. Also, für mich ist es auch noch nicht hundertprozentig klar, was da jetzt Sache ist mit, äh, Cersei. Und ich hab's auch am Anfang direkt in Fragen gestellt, ob sie schwanger ist, weil dadurch konnte sie sowohl Jaime an sich binden, als auch jetzt den Euron. Also, wenn sie sagt, hier, du hast mich geschwängert, damit hat sie quasi zwei Männer an sich gebunden, mit dieser einen Lüge. Ich glaub schon, dass sie schwanger ist, sonst hätte sie Euron gar nicht an sich ran gelassen, sonst hätte sie niemals gemacht. Außerdem macht es in der siebten Staffel, also ich hatte nochmal im Rewatch, ist mir das nochmal aufgefallen, es macht nicht so wirklich Sinn, warum sie diese Aussage machen sollte, um Jaime an sich zu binden, weil das ist, äh, das sagt sie ihm, bevor ihm tatsächlich Zweifel kommen, äh, in der, in der Staffel. Also nicht da, nicht, nicht danach, sondern davor. Und das passt dann eigentlich nicht so wirklich. Ich denke schon, dass sie wirklich schwanger ist, aber dass sie das Kind verloren hat. Nein, nein, ich glaub, sie ist schon schwanger, nur sie muss mit jemandem schlafen, der dann, der Vater darstellen, den, den Vater darstellen soll. Sonst wär das ein Bastardkind aus Inzest, also es geht jetzt gar nicht anders. Ja, nur, es ist natürlich, also klar, das hatten wir letztes Mal besprochen, mir kam da nur im Nachhinein so der Gedanke, äh, schert sie sich überhaupt noch da drum? Weil sie hat ja auch schon in der siebten Staffel, hat sie ja offen mit Jaime in einem Bett geschlafen, also diesen Inzest auch gar nicht mehr irgendwie verheimlicht und ihr ist es ja letzten Endes auch egal, was das Volk denkt. Das kommuniziert sie immer wieder. Okay, das stimmt, ja. Sie, sie hatte ja schon zwei Bastarde auf dem Thron, also, also natürlich, klar, es könnte natürlich sein, dass sie Euron, ein Kind unterjubeln will, das gebe ich dir recht, äh, da gebe ich dir recht, aber es könnte auch sein, dass sie es verloren hat und dass sie deshalb dann auch, also da, da war ja diese Szene mit, ähm, mit Euron und ihr, wo wir ausführlich drüber gesprochen hatten und als er dann ja rausgeht, trinkt sie ihren Wein, aber sie hat einen Tränen im Auge dabei und es kann halt sein, dass sie da irgendwie, ja, dass, dass da der Verlust ihres Kindes, was sie verloren hat, also sie wird so oder so, also sollte, selbst wenn sie schwanger sein sollte, wird sie das Kind nicht gebären, weil, laut der Prophezeiung dieser Hexe und der Wallonkar-Theorie hat sie nur drei Kinder. Ja, und, und sie hatte ja, also, das, was ich nicht verstehe, sie hatte ja Wein getrunken, nachdem sie mit Euron geschlafen hat, aber ist die Frage, ist das in Game of Thrones in der Zeit so, dass sie wissen, dass sie keinen Wein trinken sollen, oder trinken die trotzdem Wein, wenn die schwanger sind? Das ist ja eine andere Zeit und eine andere Welt so gewesen. Ja, ich denke aber schon, weil sie hat den Wein ja in Staffel 7 als, äh, in, in dieser Szene im Turm der Hand mit ihr und Tyrion hat sie den Wein abgelehnt und da hat er dann bemerkt, dass sie schwanger ist, so, nach und nach, an der Stelle. Ach so, okay. Da muss man mal so ein bisschen auf, auf Details achten, weil sie lehnt dann den Wein ab, sie nimmt den nicht und, äh. Okay, und jetzt hat sie sie wieder Wein getrunken dann. Genau, und da liegt ja nicht so viel Zeit zwischen, also sie, sie, es ist möglich, dass sie das Kind verloren hat. Okay, das kann sein, ja. Auf der anderen Seite ist da noch ein Widerspruch zu, äh, der Prophezeiung von dieser Hexe von, äh, Staffel 5. Ist auch sehr bezeichnend, weil das ist genau auf der Hälfte der, äh, gesamten Serie jetzt. Weil, naja, also sie hat ja, also laut dieser Prophezeiung soll sie ja drei Kinder gebären und, äh, golden sind ihre Kronen und golden ihre Leichentücher. Aber man muss natürlich bedenken, es gibt ja auch noch Gendry und der, es deutet ja extrem viel drauf hin, dass Gendry ihr leiblicher Sohn ist mit Robert. Und er sagt das in dieser Folge auch nochmal bei Arya. Ja, ja, genau, das findet Arya erst raus und ist, äh, ziemlich baff. Wie, der leibliche Sohn von Cersei? Der leibliche Sohn von Cersei und, äh, Robert. Das wird in der allerersten, äh, ähm, Staffel, ich glaub in Folge 2 oder so, da gibt's ja diese, diese Szene, die im Buch, glaub ich, gar nicht vorkommt so. Dass Cersei, äh, davon erzählt, dass sie und Robert eine schwarzhaarige Schönheit verloren hätten. Und Gendry sagt dann auch an einer Stelle, ich glaube in der zweiten Staffel sagt er, dass seine Mutter goldenes Haar gehabt hätte und ihm was vorgesungen hätte. Und das ist schon sehr eindeutig. Also ich, ich glaube auch, dass das am Ende der, äh, Staffel nochmal, also ich, Gendry wird auf jeden Fall noch eine Rolle spielen, das ist sicher. Okay, das hab ich gar nicht mitgekriegt. Aber das, das passt ja aber nicht, weil sie sollte ja drei Söhne haben. Das passt aber mit der Prophezeiung doch nicht zusammen. Ja, eben, das, das ist halt die Sache. Ne, das, das ist eben die Sache. Also, mit diesem Prophezeiung wurde schon einmal gebrochen, ich sag nur Kalesi und Jon Snow, wo er dann auch sagte, du glaubst das, was dir eine Hexe mitgeteilt hat. Ja gut, aber sie ist ja, es gibt bisher keine, äh, Anzeichen dafür, dass Daenerys schwanger ist, was mich echt gewundert hat in dieser Folge. Naja, okay, okay, aber wir sind jetzt irgendwie wieder bei der ersten Folge angelangt. Ich werde jetzt einfach mal wieder zur zweiten Folge zurücklenken. Ich denke mal, das mit Cersei wird in der dritten Folge nochmal aufgegriffen werden. Ähm, oder vielleicht auch vierten, wer weiß. Vielleicht sieht man nur die Schlacht in der dritten Folge, ich weiß es nicht. Könnte wirklich gut sein, also, ich, ich würde eh sagen, dass die erste und die zweite Folge, also die sind ja von einem Regisseur, und wenn man jetzt auch bedenkt, äh, die zweite Folge geht ja ziemlich in Medias Res, also, es geht praktisch nahtlos weiter in der, in der Szene mit Jaime. Äh, das ist praktisch ein Zweiteiler, würde ich sagen, die, die ersten beiden Episoden. Zu dieser Trinkersache könnte ich auch noch was sagen. Da kam bei uns die Theorie, dass sie ihr Baby, den Nachtkönig, opfern will und sie hat keinen Bock. Ja. Und da ist es ihr dann auch im Prinzip egal, wie gut das Baby wird, weil wenn sie das eh schon inhaltlich opfert, dann kann sie auch wieder anfangen zu trinken. Ja, aber die Theorie ist eh ziemlich bescheuert. Ich glaube, die hatten wir letztes Mal auch schon erwähnt, entweder, also, es gibt zum einen die und die, dass Jon und Daenerys Kind von Jon an den Nachtkönig geopfert werden muss, aber das ist beides ziemlicher Bullshit, weil diese Kinder müssen halt erstmal ausgetragen werden, neun Monate lang. Und das macht keinen Sinn. Ja, das machen doch die Schlacht ja gar nicht. Ja, eben. Schätze ich mal. Ja, wer weiß. Die lange Nacht. Ja, genau. Die lange Nacht, die niemand findet. Ja. Genau, wenn wir zurück einmal zur Szene kommen mit Sansa und Daenerys. Sehr gerne. Weil ich wieder halt auf diese Versteifung von Daenerys auf ihren Thron zurückkommen möchte. Also, man merkt halt in dem Gespräch zwischen Sansa und Daenerys, also Sansa entschuldigt sich bei Daenerys nochmal, sieht sie vielleicht mit anderen Augen, wo Daenerys ihr dann nochmal erklärt hat, dass es jetzt nicht ganz klar ist, wer wen manipuliert. Also, Sansa meint ja, man könnte Männer sehr gut manipulieren, aber Daenerys ist der Meinung, dass sie eher von Jon manipuliert wird. Dann, äh, Sansa weiß, dass Daenerys und Jon sich lieben. Daenerys gibt es auch nochmal zu. Und, ähm, Daenerys sagt dann halt eben, dass wenn alles vorbei ist, also Sansa geht einfach davon aus, dass sie auch siegen werden und dass, äh, Daenerys halt den Thron besteigen wird. Und Daenerys wird, sagt auch, ja, ich werde die Königin werden. Ja, aber Sansa möchte aber, ähm, den Norden wahrscheinlich für sich beanspruchen, beziehungsweise, äh, nicht an Daenerys abgeben als, äh, Königin. Die will, irgendwie will das, so soll es wohl ein eigener Staat oder ein eigenes Land werden. Hat Sansa zumindest vor, in die Richtung. Und da beginnt dann Daenerys, sich wieder zurückzuziehen von Sansa. Sie ist wohl nicht der Meinung, also hat man ihren Blick erkannt. Aber das war dann auch schon, die Szene war dann auch schon wieder vorbei, weil, ähm, die dann irgendwie jetzt, äh, gerufen worden sind von, weiß ich jetzt grad nicht. Ja, was sagt ihr zu der, zu der Szene? Stimmt ihr mir dazu, dass sie völlig auf den Thron fixiert ist und sich den nicht nehmen lassen möchte? Und diese Entschuldigung, die wirkte sehr kalkuliert. Also es war ja noch nicht mal eine wirkliche Entschuldigung, sondern nur, äh, ja, aber ich will trotzdem mal ein Thron. So ein, so ein, so ein, so ein politisches Manöver, ne, eigentlich. Ja. Aber von, äh, von Sansa durchaus auch nur. Sansa wirkt deutlich beherrschter und hat irgendwie auch ein bisschen mehr, mehr Weitsicht, finde ich. Also das, das fällt halt wirklich auf bei Daenerys. Für sie gibt es eigentlich nur, ja, ich sitze dann auf dem Thron und ja, dann, dann gucken wir mal. Aber das, da, da merkst du halt wirklich schon, dass sie, dass sie keine gute Herrscherin wäre an der Stelle. Weil sie denkt halt nicht weit und das kam ja auch schon mal, in der siebten Staffel kam das ja auch schon mal raus, äh, dass Tyrion dann auch zu ihr gesagt hat, ja, es gibt andere Wege, einen, einen Nachfolger zu ernennen, wenn man halt keine, keine Nachkommen mehr zeugen können sollte. Aber Sansa hat auch diesen Vorteil, dass sie von den besten Manipulatoren, also Littlefinger und Cersei, gelernt hat. Ja, sie spielt ja in erster Linie darauf an, dass, naja, durch, also ich glaube, da hat Sansa auch wieder ihren Bruder Rob im Hinterkopf, dass halt, ja, dass, dass die Liebschaften während eines Krieges eigentlich nie was Gutes verheißen. Und, dass auch wegen der Liebe, äh, Jon ihr in erster Linie halt ergeben ist. Das ist, glaube ich, Sansas Überzeugung. Oder Befürchtung, würde ich eher sagen. Ja. Und das spiegelt sich ja dann später auch in einem gewissen Lied wieder. Mhm. Ja, da kommen wir, glaube ich, später erst zu. Ich weiß, dass wir da erst später dazukommen, aber man kann es ja schon mal anziehen. Ja, genau, und, ähm, ja, die beiden können das Gespräch irgendwie nicht zu Ende führen, was ich ziemlich blöd fand. Und ich wollte jetzt unbedingt wissen, wie es da weitergeht mit den beiden. Aber, ähm, ja, Theon wurde angekündigt. Theon war, äh, ist wiedergekommen. Und dann sind sie erst mal alle in den großen Saal und haben Theon erst mal begrüßt. Und, ähm, ja, wie schon vorhin erwähnt, äh, das hatte ich ja schon vorgegriffen, war Sansa hier sehr, äh, emotional. Und hat sich auch, äh, unglaublich gefreut. Und Daenerys war aber erst mal überrascht, so, was machst du denn hier und bist du nicht bei deiner Schwester? Und er erzählt dann erst mal, dass, ähm, er gerne an der Seite von Winterfell kämpfen möchte. Genau, und dass seine Schwester, äh, die Eiseninseln zurückerobert. Für den Fall, dass, äh, das Ganze weniger gut ausgeht, dann hat Daenerys einen Rückzugsort. Ne? Ja. Und Daenerys Blick hat man gesehen, ähm, ich gucke mir gerade die Szenen immer so nach und nach so ein bisschen parallel an, während wir den Podcast hier führen. Daenerys Blick, wo Sans... Recapception. Wo Sansa Theon, ähm, umarmt hat. Ne, so völlig, völlig überrascht, schockiert, oder sie hat nicht damit gerechnet, dass so, so eine emotionale Wiedersehensfreude da irgendwie passiert. Ja, da, 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 da konnte ich aber Daenerys Blick nicht so deuten irgendwie. War sie jetzt schockiert, überrascht, oder vielleicht nicht von Sansa gewohnt? Ich würde sagen, vielleicht von Geben so ein bisschen. Ich glaube, sie war überrascht, Theon zu sehen, weil sie, die kennt ja Theon, ne, aber in erster Linie eigentlich durch, durch seine Schwester, mit der sie ja eher so relativ gut konnte, äh, als sie sich das erste Mal begegnet sind in Staffel 6, glaube ich, am Ende von Staffel 6. Und sie ist aber durchaus auch überrascht, dass, äh, also es, es ist halt so, interessant, dass sie halt erst darüber reden, dass, äh, Liebschaften eigentlich nur schädlich sind und, naja, sie merkt dann, dass, dass auch bei Sansa da durchaus jemand ist, ne? Mhm. Und vielleicht erkennt sie da auch ein bisschen sich selber wieder, könnte ich mir vorstellen, aber ob Daenerys dann da so ein Einfühlungsvermögen hat, ja, also, das Unangenehme an Daenerys ist halt, sie, sie erinnert so an ihren Bruder, immer und immer mehr erinnert sie an ihren Bruder Viserys, den sie selbst gehasst hat. Mhm, das stimmt, ja. Aber das ist auch gewollt. Ja, natürlich. Das ist gewollt so, dass sie jetzt immer mehr so abdriftet und absolut keinen Plan hat. Jetzt ist es eben nicht mehr so, dass sie irgendwo reinplatzen kann mit ihren Drachen oder nackt rumlaufen kann und ihre Show abziehen kann. Jetzt muss sie auch mal ein bisschen strategisch vorgehen und da mangelt sie eben. Genau. Deshalb hat sie ja Leute wie Tyrion oder so an ihrer Seite. Aber das Problem an Daenerys ist, Daenerys ist eine Eroberin eigentlich schon immer die ganze Zeit gewesen, spätestens seit sie, weiß ich nicht, Astapor eingeäschert hat damals. Oh ja. Und dann halt ihre Armee bekam. Man hat auch jetzt das Gefühl, dass sie, also ich habe das Gefühl, dass sie über diese Staffel hinweg nach und nach alles verlieren wird, was sie auszeichnet. Und das, das deutet sich ja überall an, weil überall hast du bei ihr Konfliktpotenzial. Da mit Jon ist Konfliktpotenzial, bei Tyrion ist gewaltiges Konfliktpotenzial. Das würde mich nicht wundern, wenn sie sich mit Joramom nochmal verkracht. Ja, obwohl der, der ist ihr schon ziemlich treu ergeben. Vielleicht wird sie auch versuchen, Bran und Sam zu töten, weil es die einzigen beiden sind, die wissen, dass Jon der rechtmäßige Thronerbe ist. Ich weiß es nicht, vielleicht dreht sie irgendwie völlig durch. Also man hat es ja später in der Szene gesehen. Boah. Aber stimmt. Dann wird sie bei, bei, bei Sam wird sie den reinen Tisch machen, was so die Tadies angeht. Vielleicht, also weil, also ich muss die Szene jetzt auch mal vorgreifen, ja. Ihr habt ja jetzt auch schon vorhin ein paar Szenen vorgegriffen, ich mach das jetzt auch mal. Als später. Ja, wir haben eh keine Chronologie. Genau, als später in dieser Folge Jon und Daenerys sich da in der Krypto getroffen hatten, hat Jon ihr dann erklärt, weil sie ja, weil er ja vor der Statue von Lyanna stand. Ja, sie ging ja auch davon aus, dass, ähm, ihr Bruder Lyanna vergewaltigt hatte. Und, äh, sie kennt wohl auch nur die Geschichte, die Viserys da ihm, äh, ihr erzählt hat. Und, äh, er meinte so, nein, so war das nicht. Sie haben sich geliebt, sie haben heimlich geheiratet. Äh, übrigens, ich bin dann der Sohn. Ja. Genau. Übrigens, in der Fall. Ich bin dein Neffe und du bist meine Tante, ja, ja. Nee, das, das sahen sie ja eben nicht. Das sahen sie immer noch nicht. Ja, also sie war, sie hat, also das wird immer noch nicht ausgesprochen, die Situation ist. Dass der einzige Reaktion von Daenerys war, nein, das kann nicht sein. Und dann, dann wärst du ja, dann wärst du ja der letzte männliche Erbe der Targaryen. Oder letzte männliche Targaryen und hättest Anspruch auf den Tod. So, das war so ihr einziger Gedanke in die Richtung, oder ihr erster Gedanke. Und sie war da ziemlich erschüttert und, ähm, sie ist wohl fest davon ausgegangen, dass sie die Königin sein wird, wenn das alles vorbei ist. Und jetzt wurde sozusagen ihre ganzen Pläne mit, mit dieser einen Unterhaltung über einen Haufen geworfen. Und, ähm, ja, leider konnte es aber auch nicht ausgeführt werden, weil da ja direkt dann schon zu den Fanfaren gerufen worden ist, weil ja die, ich weiß nicht, wann die gerade aufgetaucht sind. Ja, drei Hornstöße. Also, man merkt, wie ich, wie ich gerade, also mehrmals jetzt schon in dieser Besprechung sage, ich glaube, Daenerys ist so fixiert auf den Thron, die wird da noch irgendwas machen. Entweder wird sie tatsächlich gegen Jon, vielleicht, vielleicht ist die Liebe doch nicht so groß, vielleicht wird sie gegen Jon irgendwie agieren oder gegen Sam und Bran, weil es dann ja niemand weiß, wobei sie, sie hätte Jon dann ja, oder, oder Jon verzichtet auf den Thron. Also, ich glaube, er will auch gar nicht König werden, vielleicht wird er auch einfach auf die Krone verzichten. Ich weiß es nicht genau. Jon wollte Nägeln. Ja, und vielleicht wird er sich eher opfern für Daenerys, ich weiß es nicht, ich weiß, ich weiß nicht, in welche Richtung das geht. Auf jeden Fall vertraue ich Daenerys, also Daenerys habe ich bisher immer ganz gerne gemocht in den letzten Staffeln, aber, aber ich, irgendwie habe ich ein mieses Gefühl bei ihr. Ja, ich habe das schon, lecker. Oh, da sind wir jetzt schon bei Star Wars, ich habe ein mieses Gefühl. Genau, ich habe ein mieses Gefühl. Und wieder, und wieder haben wir Star Wars drin. Yes, also alle, die hier draußen Trinkspielen machen, jetzt könnt ihr wieder. Ja, Callback, Callback, Callback. Movie Break wurde noch nicht erwähnt. Ja, habe ich extra außen vor gelassen. Schönen Gruß an Stu an dieser Stelle. Genau, und an Andi. Und an Andi, genau. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Aber dieses Motiv, das, also am Ende der ersten Folge gab es ja diese Frage, ob Daenerys den Thron für ihn aufgeben würde, theoretisch. Also die hatte ja Sam in den Raum gestellt. Stimmt. Weil, äh, Jon hat das ja auch für sie gemacht. Stimmt, würde Daenerys das auch machen für Jon, ja. Da hat er nichts zu tun. Ja, genau. Das bezweifle ich. Genau, und, genau, und, und jetzt, das ist das Interessante an dieser Folge, hier wird es genau umgedreht. Na, ob Jon halt ihr zuliebe, äh, auf den, auf den Thron verzichten würde. Das, das ist so die interessante Ambivalenz, die man hier hat. Und, äh, es ist bestimmt auch kein Zufall, dass beide Folgen relativ ähnlich enden. Also mit, äh, also beide, beide diese zentralen Szenen finden in der Krypta statt. Das ist kein Zufall. Ja. Na, so rein jetzt vom Drehbuch her. Da sind wir schon wieder bei Callbackception. Ja, und ich glaube, über die Beziehung können sie sich da jetzt auch nicht genau Gedanken machen, weil es geht ja direkt zur Schlacht. Und, ähm, das ist dann wahrscheinlich jetzt erstmal das Wichtigere, was man irgendwie lösen muss. Aber ich denke schon, dass Khaleesi das im Hinterkopf hat und so gesehen in der Schlacht kannst du es leichter wie ein Unfall aussehen lassen, als danach. Ah, ob die jetzt so. Also wenn da während der Schlacht... Ja, aber, aber sie liebt ihn, glaube ich, wirklich. Also irgendwas ist da schon. Ich glaube, sie würde das nicht einfach so machen. Ja, aber man muss sagen, also, äh, ich, ich hab noch nicht nachgesehen, was so die ganzen Danny-Fans zu ihrer... Weil ich, ich muss ganz ehrlich sagen, dieses von wegen, ja, dann, dann wärst du ja der eigentliche Thronerbe. Also da wirkt sie schon richtig hart und kalt an der Stelle, ne? Ja. So, so richtig abschätzend schon. So nach dem Motto, hm, bist du jetzt plötzlich mein Feind? Oder es wäre so gegen eine Mauer gerannt und dann, oh, scheiße. Ja, ja, so. Ja. Ja, naja, da wissen wir noch nicht, was passiert. Aber okay, weil dann wollen wir wieder zurückgehen und wir sehen jetzt Goldi, Goldi in der nächsten Szene, ähm, die sich dann da auch um die jungen Kinder da kümmert und, ähm, und dann sehen wir, wie ein Kind mit diesem, äh, sagt euch das nochmal, dieses Drachenmal oder wie sich das nennt? Ähm. So ein Kind, was so eine, so eine Verunstaltung im Gesicht hatte. Ach so, ja. Das ist eher eine Anspielung da drauf, glaube ich. Das, das soll, das soll, äh, du meinst ja die Graustippen. Ähm, das, das soll aber, das soll eine Anspielung sein, das soll Davos, dieses Kind soll Davos an Shireen erinnern, glaube ich, einfach nur. Ja, ja. Ja, genau, das habe ich auch, ja, das hatte ich auch das Gefühl und, und dann hatten sie die halt diese Unterhaltung geführt, Davos, aber das weiß ich nicht. Die Szene fand ich auch ziemlich, ähm. Nö, aber ich fand, Davos konnte da wieder mit Punkten, in denen er sagt, hier, die Leute, du bist eine gute Kämpferin, die Leute können dich doch eher da in der Krypta gebrauchen, als auf dem Schlachtfeld. Also, also, wie Davos dann auf so eine charmante Art das Kind dann doch in die Krypta gelenkt hat, das fand ich dann doch ganz nett. Aber mehr war die Szene auch nicht. Ja, Davos, der auch jetzt irgendwie zum Küchenchef, äh, ernannt wurde, ne, fand ich auch so. Ja. Ich, ich, ich hatte direkt im Hinterkopf, äh, ich habe mir Davos direkt als den Koch in South Park vorgestellt, irgendwie. Der neue Chefkoch, ja. Genau. Hello there, children. Wie hieß nochmal, wie hieß nochmal der Wildling, der so, der so auf Brienne steht, der rothaarige? Äh, Tormund. Tormund, genau. Ja, ich kann mir nicht immer einen Namen mehr. Ja, also, Tormund, genau, Tormund, ähm, hat in der nächsten Szene auch nochmal mit Brienne da rumgeflirtet, indem, die dann die Schlacht, äh, Taktik da ausgearbeitet haben und Bran nochmal erzählt, dass der, ähm, der Nachtkönig, ähm, also, er hat es halt auf ihn abgesehen und er weiß halt immer, wo er ist und dass er dann Lockvogel spielen soll. Und dann meinte Tormund ja irgendwie so zwischendurch, so mit dem Blick Richtung Brienne, ja, wenigstens sterben wir alle gemeinsam oder sowas. Ja, ja, genau, genau. Ja, oder, oder Brienne auch, wir, wir sterben alle ehrenvoll später auch, ne, in der Szene. Ja, genau. Das, ähm, aber überhaupt wie, 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 wie Tormund schon, äh, auf, auf jeden Fall treffen hier Tormund, äh, Ed und Beric Dondarrion, die treffen, äh, auf Winterfell ein und es ist halt so geil, wie, wie, wie Tormund irgendwie John richtig überfällt, als wir sich wiedersehen. Mhm. Also, das, das, das ist auch von der Kamera richtig geil, weil er, er kommt einfach so ins Bild gehopst, ey. Das war schon sehr cool. Ja, irgendwie schon ein lustiger Typ irgendwie, ja. Ja, ich mochte den immer schon wahnsinnig gerne, aber, äh, ich hätte es jetzt auch nicht schlimm gefunden, wenn er jetzt, ja gut, wenn er jetzt einfach offscreen gestorben wäre, wäre auch scheiße. Und, äh, ich nehme mal an, dass zu viele auch einfach diese Brienne-Nummer mit ihm, äh, schippen, obwohl die ja eigentlich nie geplant war, ne. Die ist ja rein durch Zufall entstanden. Dafür war eben einfach zu viel Situationskomik da, die man sich noch möglichst lange halten will. Ja, die ganzen Memes, also, da ist ja. Genau, und die nächste Szene, genau, und das, was ich auch ganz komisch fand, Tyrion, ähm, hatte sich ja zu Bran gesetzt, als die anderen dann den Saal verlassen haben, und Tyrion wollte jetzt eigentlich mal so die Geschichte von Bran jetzt hören. Und das fand ich ganz interessant, weil Tyrions, ähm, äh, Schwert ist ja sozusagen sein Wissen, und er versucht jetzt erstmal so viel Wissen wie möglich aufzusaugen, und auch, ähm, möchte jetzt hören, was mit Bran jetzt passiert ist. Und Bran meinte so, ja, das ist aber eine lange Geschichte, und Tyrion dann so, ja, was wäre denn, wenn wir hier in der Burg gefangen wären und nicht raus könnten und so weiter, dann hätten wir ja die Zeit, ne, und das ist ja jetzt so, also, die können ja nicht raus, und das fand ich dann so witzig wieder. Ja, das war ein geiler Moment wieder von Peter Dinklage. Ja, und, und, ja, und das fand ich auch ziemlich cool von Tyrion, dass er sich halt auch mal zu Bran setzt, und, ähm, ist auch halt wichtig für ihn, weil er hat ja damals auch, man hat das auch in den ersten Staffeln gesehen, dass er die Bücher, er hat ja immer Bücher dabei gehabt, er hat ja Bücher aufgesaugt, bis zum Gehtnichtmehr, und, ähm, um sein, um sein Wissen, um seine Gehirnzellen zu schulen, er sagt ja selber, dass er nicht, äh, dass er halt kein Krieger ist und nicht kämpfen kann, aber dafür, ähm, mit dem scharfen Verstand eben, sozusagen, seine Macht hat dann. Ein Verstand braucht, äh, Bücher wie ein Schwert den Schleifstein. Hat er das gesagt? Das, äh, Poster hab ich, genau, das Poster hab ich über meinem Bett hängen mit dem Ziegel. Ach, cool, ja, ja, geil. Ja, genau, und dadurch, durch dieses Gespräch halt, ähm, es ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dann zu erfahren, also er wird das später vielleicht auch noch nutzen können. Da wird natürlich auch was aufgegriffen, wieder auch aus Staffel 1, ne, dieses, ähm, wo ja, äh, Tyrion Bran geholfen hat, mit diesem, mit diesem speziellen, äh, mit diesem speziellen Sattel, womit er dann reiten konnte. Genau. Ich, ich hatte auch mal nachgesehen, das ist, äh, äh, tatsächlich die erste Folge mit so einem klaren Fokus seit, äh, äh, hier, ähm, Wächter auf der Mauer aus Staffel 4 oder aber eben halt, äh, Blackwater aus Staffel 2. Stimmt. Na, und, äh, es ist, äh, es ist auch tatsächlich eine der wenigen Folgen, in der niemand stirbt. Nee, diese Folge wird eigentlich nur durch Dialog getragen. Und wir, wir müssen auch noch anmerken, äh, in einer Szene, die, ähm, auch recht nostalgisch war zwischen John, ähm, äh, Sam und Ed, also, wo sie halt so drauf zurückblicken, wie sie angefangen haben und dass eigentlich nur noch sie drei von der Nachtwache übrig sind, äh, haben wir endlich mal ein kleines Comeback, nämlich Ghost is back. Uhu. Wenn auch nur ganz am Rande. Ja, stimmt. Ja, da hab ich auch, äh, hab ich auch eine Folge gemeint, da meinte ich so, oh mein Gott, Ghost, Ghost, ne? Man hat ihn ja sonst gar nicht gesehen, der war ja ewig lange weg. Und das fand ich sehr, sehr schade, weil man muss ja den Wolf irgendwie auch irgendwo rumstreuen sehen können, ne? Ja, aber lieber hält sich der Wolf versteckt, als dass er so abgemurkst wird. Also, was ich prophezeie, wenn, wenn, äh, äh, Ghost sterben sollte in der Schlacht und die haben ja schon angeteased, der wird ziemlich, äh, geile Sachen abziehen in der Schlacht. Wer, ähm. Der Ghost? Ja. Wer hat das angeteased? Äh, die, ich glaub, der Stunt-Coordinator oder so ähnlich von, äh, äh, von den Dreharbeiten tatsächlich. War er der CGI-Typ? Der CGI-Typ. Ja, oder, oder, ja, einer, einer, einer von beiden. Ja, gut, Stunt-Coordinator macht eigentlich nicht so einen Sinn, aber, äh, 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 dann, dann, äh, weiß ich nicht, äh, Visual Effect Supervisor oder wie die Typen. Ja, genau. Also, die, die hatten auf jeden Fall gesagt, dass, äh, da ziemlich viel Nasty Shit ist und, ähm, also, ich würde sagen, also, generell, die Wölfe sind ja immer ein ziemliches Foreshadowing, äh, sei es jetzt, äh, die Wölfe an sich, äh, was sie jetzt halt auszeichnet oder halt auch, auch ihr Schicksal, aber man kann davon ausgehen, also, wenn Ghost stirbt, dann wird John auf jeden Fall sterben, denke ich. Oh, ja. Also, daran kannst du es eigentlich schon ablesen. Ja, aber es gibt ja noch, ja, es gibt ja noch dieses Wolfsrudel. Ja, na, Miriam. Das wird sicherlich dazukommen. Vielleicht würde sich Ghost anschließen und dann, ähm, gegen die weißen Wanderer kämpfen. Ja, genau. Ghost war jetzt so lange weg, weil er das Wolfsrudel erstmal wieder organisiert hat. Ja, ja, genau. Der war die ganze Zeit auf, irgendwann gibt's halt so ein Spin-off Ghost on Tour, ne? Ja. Ja, genau. Und es gibt ja noch ein weiteres Spin-off, da geht's auch um, dass Wolfsrudel heißt Hangover. Aber das spielt ein paar Jahre später. Oh Gott, der, 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 das, das war der Spruch des Abends, wirklich. Das war so geil. Ja, und, ähm, genau, kommen wir mal zu, zu Missandei und dem grauen Wurm. Ähm, die, die schmieden jetzt schon Pläne, wenn der Krieg vorbei ist. Also, die gehen wohl irgendwie davon aus, dass sie wohl überleben werden und dass das alles, ja, super ausgeht. Wahrscheinlich sind es die Ersten, die irgendwie sterben werden, ich weiß es nicht. Ja, was, ähm, sehr schade wäre, weil das ist eigentlich eine schöne, kleine Szene auch, ähm, was, was dann sehr schönes Detail ist, dass, ähm, die, da sitzen irgendwie, glaube ich, Kinder aus dem Norden und Missandei will sich irgendwie dazusetzen und sagt so ganz verschüchtert Hallo und die hauen direkt ab. Also, da merkt man wieder richtig so die, die, ja, das Misstrauen gegenüber Fremden im Norden, ne, und man muss ja sagen, Missandei und grauer Wurm sehen ja schon sehr fremdländisch aus. Ja, ja, die kennen das wahrscheinlich gar nicht so, so die etwas dunklere Haut. Ich glaube, dass das auch noch nicht mal, also man kann das, glaube ich, nicht mit Rassismus vergleichen, sondern das ist einfach nur diese, diese Vorsicht und, und die, das ist halt so eine Zeit gewesen, du kennst solche Menschen nur aus Geschichten. Eben. Und, ähm, das ist halt nicht so wie irgendwie in dieser Welt, sodass du alles mit Fernsehen und Bild und sowas alles weitergeben kannst. Das sind alles nur Geschichten, so wie im Mittelalter das halt eben war, theoretisch. Ja, wie ich's schon gesagt habe in der letzten Folgenbesprechung, die waren auch schon sehr misstrauisch gegenüber Wildlingen und sogar eine Cersei musste erst mal so einen White Walker sehen, bevor sie dran geglaubt hat. Weil es ist einfach, wenn du das so hörst, wirklich extrem absurd. Ja. Obwohl die im Norden es eigentlich besser wissen müssten. Wobei, äh, Cersei, das war ja kein Wild Walker, das war ja nur, nur ein Wiedergänger, ne? Darf man nicht vergessen. Ja, wunderbar. Es war nur der Wiedergänger aus der Kiste, ich war's. Also was, ich weiß nicht, ich fand diese Szene, ehrlich gesagt, ähm, hatte, hatte was Hoffnungsvolles mit Missander und Grauer Wurm. Ich find die auch generell irgendwie eigentlich, äh, ich weiß nicht, also manche stört ja dieser Subplot mit denen, ich find den eigentlich sehr schön erzählt, muss ich sagen. Und vor allem, das ist auch schön dezent gemacht, wirklich, zwischen den beiden, wie sich das langsam angebahnt hat. Ja, ich, ich fand auch, äh, diese Dings sehr schön, diese, ähm, diese Liebesszene zwischen denen in Staffel 7. Also, man, also, wenn man wirklich schon sagen kann, es gab eine, eine erotische Liebesszene mit einem Eunuchen, also dann kann sie, die Serie sich echt einen drauf einbilden, würde ich sagen. Und wenn du das jetzt zum Beispiel in Kontrast siehst mit Walking Dead, wo es dir dann wirklich irgendwann egal ist, wer da mit wem was hat, ja, du weißt, was ich meine. Ja gut, ich kenn Walking Dead absolut nicht. Nee, ich kenn die Serie auch nicht. Ich bin eher so der Game of Thrones Typ. Also, weiß ich nicht. Ja, ja. Dann lassen wir das jetzt auch. Ja. Ja, genau. Übrigens, das Sex, ne? Wollen wir mal zu der Szene mit Gendry und Arya kommen? Arya kommen, ja. Und zwar, ja, genau, ähm. Du lachst schon wieder so verzückt. Sex. Okay, ähm. Ja, also, man hat aber schon in der Szene am Anfang gesehen, dass Arya halt Gendry echt schon die ganze Zeit anschmachtet. Ne, also, dass da... Ja, so auf ihre Art, ihre Spröderart. Ja, genau, sie ist ja auch selbstbewusster geworden, sie ist ja auch an ihrem Charakter gewachsen und, ähm, sie ist ja mittlerweile so ein, die nimmt sich jetzt einfach so, was sie will, ne? Ja, und, ähm, tötet auch einfach, wen sie will. Und in diesem Fall hat sie da wohl entschieden, mit Gendry, ja, in die Kiste zu schenken und packt ihn jetzt erst mal aus, ne? Also, wahrscheinlich wollte ich sie erst mal so abchecken, so, wer bist du? Mit wie vielen Frauen hast du geschlafen? Bist du so ein Womanizer? Und, und irgendwie so ein bisschen, ja, und Gendry total übertölpete, ich glaub, der ist ein bisschen der Schüchte, der hat so die Schüchte eine Rolle so ein bisschen gespielt, hatte ich so das Gefühl gehabt. Ich denke, die hat vorhin wirklich abgecheckt, ob er noch, ob er so viel Vergleich hat. Vielleicht, ja. Weil sie hat dann Angst, ihn zu enttäuschen. Ja, sie hat ja überhaupt keinen, ne? Und bei ihr merkt man richtig so, also da, da gibt's ja diese ganz kurze Szene, äh, wo Arya, also die ist ja direkt davor, glaube ich, wo, wo Arya da sitzt mit dem Hound und, äh, Beric auf der, auf der Mauer. Und, naja, also mit dem Hound hat sie sich ja dann irgendwie doch zusammengerauft, wobei man auch merkt, dass sie irgendwie relativ still geworden ist in dieser Atmosphäre, also das, den, die Kommentar, also der Hound hat eben die geilsten Sprüche in dieser Folge, in dieser Szene. Weil einmal halt, äh, du, du, äh, früher hast du gequatscht wie so ein Wasserfall und jetzt benimmst du dich, als hättest du deine Zube verschluckt. Ja, sie hat sich da schon sehr, sehr verändert, auf jeden Fall. Und dann, und dann auch hier bei, äh, Beric Dondarrion, äh, der zweite geile Spruch, als der dann irgendwie anfängt, ja, der Herr des Lichts hat uns hier zusammengebracht und, und, äh, 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 sagt dann der Hound zu ihm, ja, Thoros von Myr ist nicht mehr da, also falls du hier predigen willst, willst du wirklich, dass der Herr dich 19 Mal zurückgebracht hat, hat nur, damit ich dich jetzt von der Bauer werfen kann. Ja, das ist eben der Hound, wie wir ihn mögen. Ja, den, den Hound feiere ich einfach nur. Aber gut, wir waren jetzt bei der Szene mit, äh, mit, äh, Aria und Gendry. Ja, genau, war aber auch wichtig zu erwähnen. Naja, und dann hatte sie, ja, sie wusste halt jetzt nicht, ob sie den Krieg jetzt überleben wird und dann dachte ich so, ja, Gendry ist ganz schnuckelig, ne, und, ähm, ja, und legt ihn sozusagen flach, würde ich jetzt mal so sagen. Ich fand's aber auch super lustig, wie er das mit Melisandre erwähnt. Stimmt. Die hat dann Blutegel auf mich gelegt und so, wo ich dann dachte, okay, ja, das ist jetzt wirklich so ein Spruch, den du da vorbringen musst. Genau, Blutegel am Schwanz, wollte er schon fast sagen. Ja, ja. Genau, war das dein erstes Mal? Nein, ich hatte noch nie einen Blutegel am Schwanz. Ja, und er erzählt, ähm, ihr auch, dass er, äh, der Bastard, der angebliche Bastard von Robert ist. Ja, das, das war ja davor. Ja, und er hat dann ja durch Melisandre, hat er ja erfahren, äh, was seine, seine wahre Herkunft ist. Ich fand die Szene, ich weiß nicht, also, äh, es haben sich ja schon welche aufgeregt irgendwie, dass, äh, Aria, ja, weiß ich nicht, also zumindest ihre Rolle ist, Minderjährig in der Szene? Nein. Ne, die ist doch schon älter. Sicher? Die war doch... Ist die, ja, aber ist die volljährig? Ich glaube nicht. Ne, die war ja, wie alt war die? Zehn, glaube ich? Acht oder neun, oder? Also, in den Büchern sind die auf jeden Fall jünger. Ja, ja, das sind die ja alle jünger. Aber selbst wenn sie minderjährig ist, meine Güte, die wird da 16 oder 17 gewesen sein, also... Ja, also, Macy Williams ist genauso alt wie, äh, Sophie Turner, die sind beide, glaube ich, 22 inzwischen, also... Ich meine jetzt die in der Rolle, in der Rolle wird sie... Ja, ja. ...nicht jünger, wie 16, 17 gewesen sein, das ist ja durchaus in Ordnung, also, dem Alter hat man immer so... Ja, ist halt wieder, das ist wieder das Brüder Amerika halt, ne, also, ich, man muss auch sagen, es war auch jetzt keine, äh, ja, ich weiß nicht, also, sie hat ja schon irgendwie... Also, sie hat auch, äh, ist dann auch in Interviews nochmal klargestellt worden, weil, äh, im Internet irgendwie rumkursierte, dass sie ein Bodydube gehabt hätte, war wohl wirklich absolut gar keins. Aber sie haben das, glaube ich, wohl sehr eilig gedreht und das Schöne ist halt, dass man, naja, diese, diese Hektik passt halt irgendwie auch dazu. Also, die, die Szene ist jetzt nicht irgendwie hektisch, aber man spürt halt so von wegen, ja, komm, jetzt mach hinne, zieh deine scheiß Hose alleine aus. Ja. Also, sie hat definitiv keinen Körperdube gehabt? Nein, definitiv nicht. Da ist vielleicht ganz bisschen mit, mit CGI irgendwie, äh, äh, gearbeitet worden, weiß ich nicht, vielleicht die, die Narben an ihrem Körper, die sieht dann ja auch Gendry auch, die vermutlich von, äh, ihrer Zeit in, in Braavos stammen. Und das ist ja jetzt auch nicht Orgasmo, wo dann auf einmal ein Schwanzdube reinkommen muss, es wurde sehr dezent gehalten. Ja, es war genau richtig, finde ich, also... Um da möglicher Skandal mit Kindersex zu umgehen, wenn man sich da nur an S äh... Wieso, sie ist ja, sie ist ja, sie ist ja alt genug. Die Schauspielerin ist volljährig. Ja, die ist 20 da gewesen oder 21. Also, ich, ich fand's völlig in Ordnung, ich fand's auch durchaus ästhetisch, auch von der Kamera her, war jetzt nicht irgendwie auf, auf Nacktheit getrimmt oder was, was ich ja sonst immer ein bisschen schwierig finde an der Serie. Also, ich fand's eigentlich eine, eine schöne Szene, es hat halt so was Sprödes, was sehr zu Aria passt eigentlich. Und vor allem, ich fand's schön, dass Aria eine der wenigen ist, die sich das mit ihrer Jungfräulichkeit aussuchen konnten, wem sie das gibt. Ja, im Gegensatz zu ihrer Schwester. Genau, oder Dutzenden anderen Charakteren, die da zwangsverheiratet werden und die dann quasi den Sex zur Eheschließung vollbringen müssen. Es schließt sich eh schon mit Aria und Gendry, schließt sich ja auch so wieder ein Kreis, weil Aria ähnelt ja sehr Lyanna. Stimmt. Das wird ja immer wieder hervorgehoben, dass sie sehr an Lyanna Stark, also dass die wohl ein ähnlicher Wildfang war und, naja, Gendry ist halt der Sohn von Robert, ne? Aber durch diese Szene kam mir dann die Theorie, dass vielleicht die beiden am Schluss auf dem Thron sitzen könnten, dass dann eine Lannister und eine Stark das Ganze vereinen. Äh, Baratheon meinst du, nicht Lannister? Ja. Ja. Baratheon und Stark, aber stimmt. Das, ach, nee, also Arya als, nee, nee, das wär nix für Arya, glaub ich nicht, also, nee, 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 also dann, also ein Teil von mir traut der Serie sogar dieses beschissene Disney-Ende zu mit Daenerys und Jon, aber ich weiß, dass es nicht kommen wird. Ich glaube, vielleicht werden einfach alle getötet, alle werden getötet und keiner überlebt und die weißen Wanderer überrennen dann auch die Lannisters und dann wird Cessna. Das ist ja von denen umgebracht und dann wird eine Tote, ja, wird alles enden. Weil Bran hat ja selber gesagt, woher weißt du denn, ob es noch einen danach gibt, hat er ja zu Jaime gesagt. Ja, nee, und Brans Fähigkeiten sind ja im Prinzip so, du musst ihn mit der Nase wie so einen Hund reinschubsen, dass er das überhaupt erstmal sieht. Ja, er ist halt Google, ne? Ja, ja, oder Wikipedia. Mir kam auch nochmal, weil er ja gesagt hat, der Nachtkönig hat mich gezeichnet, da musste ich direkt daran denken, GPS praktisch. Ja, aber wenn du wirklich dann ein Disney-Ende haben willst, dann müsste Khaleesi quasi zwei Folgen später dann Let It Go singen und allen abschwören, wenn du das so aufs Knie brechen willst. Oh Gott, nee. Sorry. Aber ich muss zugeben, ich hatte ja, das hatte ich ja letzte Woche gesagt, ich hatte ja Riesenangst, dass es irgendwie so einen lahmarschigen Subplot darum gibt, dass Daenerys sich fragt, warum denn Jon nicht mehr wirklich mit ihr reden will. Aber es ist dann letzten Endes so gekommen, dass Jon, ja, weiß ich nicht, nicht wirklich, oder halt, die war halt möglichst lange rauszögert, just bis zu dem Moment, wo die, wo halt das große Battle losgeht und wir in den Cliffhanger entlassen werden. Ja. Und ja, ich bin froh, dass man, oh Gott, ich, also angenommen, sie hätten da so einen GZSZ-Plot rausgemacht, ne, mit Daenerys, die ihm wie, ha, was hab ich denn falsch gemacht? Und dann der böse Blick am Ende. So ist das furchtbar gewesen, ey. Ja. Ja, gut. Ähm, genau, der Ritterschlag, wollen wir mal da? Oh, gerne, ja, sehr schön. Das war sehr, sehr emotional, da hab ich wirklich geweint. Das war nicht so schön. Und zwar haben sich da ja erstmal Tyrion und wer noch irgendwie in der Runde, erstmal in der Runde zusammen, Podrick war dabei. Die haben sich erstmal in der Runde zusammengesetzt vor einem Lagerfeuer und dann kamen immer mehr und mehr Leute dazu. Und wo Tormund dann noch diese geile Begebenheit rausgehauen hat, warum er, warum er diesen Riesentod genannt wird. Ja, genau, er hat die Geschichte erzählt, ja, dass das... Das war so geil, ja. Wo dann Davos erst keinen trinken wollte und danach dem Tormund das erzählt, ja, okay, her damit. Wobei... Aber es ist bestimmt nur so eine Geschichte gewesen, oder? Oder meint ihr, dass das wahr ist? Nö, das ging in den Büchern auch so. Das wurde in den Büchern auch erwähnt. Ja, jetzt ist nur die Frage, es wird immer noch nicht beantwortet, wie hat der mit zehn Jahren einen Riesen getötet? Das ist ja egal. Das wird ja nicht gesagt. Es wurde ja nur gesagt, wie, dass er irgendwie drei Monate lang von der Mutti gestillt wurde und deshalb jetzt so ein Hornochse von Typ ist. Ja, ich war mit sieben auch schon 1,95 groß, also was soll ich sagen? Aber da war halt auch wieder, ich muss zugeben, ich hatte auch so ein bisschen Bedenken, wie man das jetzt so auf den letzten Drücker, wie er jetzt versucht mit Brienne anzubundeln. Aber das hat erstaunlich gut funktioniert in dieser Szene, finde ich. Also das wirkte so eingestreut, sage ich mal. Und Brienne hat dann ja irgendwie auch gesagt, ja, ich bin froh, dass ihr hier seid, um mit uns zu kämpfen. Weiter nichts. Sie hat halt so richtig so die Signale, also der, das war ja auch so geil in Staffel 6, so, ja, dieser Wildling mit dem Bart schaut mich die ganze Zeit an. Richtig geil, aber ja, also Turmund gibt dann ja auch so den Anstoß von wegen, ja, scheiß doch auf Tradition, macht jetzt Brienne endlich mal zu einer, zu einem Ritter, ne? Ja, genau, ja, da hat sie nochmal erklärt, dass das Tradition ist, dass Frauen nicht zum Ritter geschlagen werden können. Ja, und irgendwie Turmund meinte so, ja, wenn ich König wäre, dann würde ich dich zehnmal zum Ritter schlagen. Und dann Jamie, nee, nee, Moment, man muss ja gar kein König sein, das reicht ja, wenn man ein Ritter ist. Und Jamie ist ja ein Ritter. Ja, und dann dachte er so, zählte eins zu eins zusammen, ja, Mensch, ja, willst du Ritter werden? Dann machen wir das mal hier, ne? Mal eben so, auf dem Klo, nee. Und sie sagte, sie meinte zuerst, sie will gar kein Ritter werden, aber ich glaube, das hat sie nur gesagt, damit sie das so ein bisschen, die Enttäuschung überspielt, sie wäre wohl schon immer gerne Ritter geworden. Aber sie hat das halt abgehakt, weil das halt in der Tradition gar nicht möglich ist. Und Jamie hat dann, glaube ich, gespürt, doch, sie würde gerne, ne? Und eigentlich hat sie sich ja auch sehr bewiesen in der Vergangenheit, sehr ehrenvolle Taten vollbracht, dass das eigentlich durchaus legitim ist, ne? Also, passt eigentlich zu ihr. Das hat auch jeder im Raum gespürt, glaube ich. Also, es gab ja diesen Moment, wo Brienda sagt, ja, ich will ja gar kein Ritter sein. Und dann guckt Podrick zu ihr rüber, ey, jetzt komm, laber keine Scheiße. So richtig so ein Blick, Bitch, please. Ja. Ja, also ich fand das sehr, sehr, sehr schön. Wo dann auch, dann ist auch, es war zuerst still, es war gar keine Hintergrundmusik da. Und dann, als es dann langsam zu diesem Ritterschlag kam, wurde dann so eine schöne, emotionale Musik mit eingebunden. Und, ja, das fand ich sehr gefühlvoll. Also, ich mag ja so emotionale Szenen sehr gerne. Ja, die war auch sehr schön tatsächlich. Also, da hat man ja auch nochmal, also, da hat sich diese Jamie-Brienne-Ark, hat sich da so richtig schön, ja, nicht abgerundet, aber man merkt jetzt halt wirklich, worauf es zuläuft mit den beiden. Und auch die Blicke untereinander, das war wirklich schön. Ich bin jetzt, weil du jetzt auch gerade die Musik erwähnst, ich müsste jetzt auch echt überlegen, vielleicht hat Javadi denen tatsächlich noch ein neues Thema geschrieben, ich weiß es nicht. Da müsste ich mal... Hätte mich jetzt nicht gewundert. Aber ich fand es auch wirklich schön, wie diese Szene erstmal so richtig lustig gestartet ist, dass sie alle gemerkt haben, ja, was ist denn das denn für ein wilder Haufen? Und das dann nach und nach ernster und emotionaler wurde. Das war wirklich schön. Ich mag das generell, wenn diese Gruppen da in dieser wilden Konstellation aufeinandertreffen. Und in dem Fall war es dann wirklich nochmal eine wirklich schöne Abrundung. Und wir können ja davon ausgehen, dass ein paar davon nicht überleben werden. Deswegen war das wahrscheinlich auch die letzte Möglichkeit, da für diesen ruhigen Moment das zu bringen. Es erinnert aber auch natürlich wieder an die Blackwater-Folge. Also insbesondere, dass sie dann dieses Lied dort singen, das erinnert sehr daran. Da haben sie ja auch, weiß ich nicht, da gibt es doch... Wie ist das nochmal vor Blackwater? Da ist doch irgendwie Bronn als neuer Lordkommandant der Königsgarde. Oder ne, Stadtwache, nicht Königsgarde. Und da sitzen dann alle möglichen Lannister-Soldaten mit Frauen und die singen dann da irgendwie auch schon der Regen von Castamere. Ja. Also nochmal so ein Krug Bier vor dem Krieg oder so ähnlich. Und das wiederholt sich dann hier auch nochmal. Naja, was sollen sie jetzt anderes machen? Da kamen ja auch am Anfang so die Sachen. Wir sind vor einer Schlacht. Wir können doch jetzt nicht trinken. Ja, wenn nicht jetzt, wann dann? Danach sind sie vermutlich tot. Ja, und diese Aussichtslosigkeit da, weil man muss ja sagen, das Ganze ist ja eigentlich schon ziemlich hoffnungslos. Also die sind ja eigentlich alle, bereiten sich mehr oder weniger seelisch und geistig auf ihren Tod vor. Ja. Und ich habe auch den Eindruck, dass manche, also dass die Macher uns an manche Figuren nochmal richtig heranrücken wollen, so emotional, um letzten Endes auch einen potenziellen Abschied zu nehmen als Zuschauer. Ja. Oder um uns dann in der nächsten Folge nochmal ein paar Zwischenbeine zu treten, wenn es dann ein paar Abschiede gibt, ein paar Schmerzhafte. Ja, durchaus. Ja, ich habe also, so von der Stimmung her hat das hier richtig gestimmt. Also dass man erst so eine, ja so eine bittere, genau, bittere Leichterkeit. So eine, so eine bittere Leichtigkeit irgendwie hat und ist das dann, ja so die, die Melancholie, also die, die Überleitung von, von Ironie zur Melancholie stimmt einfach unglaublich in dieser Folge. Ja, und das war's, was für mich diese Folge deutlich besser gemacht hat als die letzte, weil da waren diese Callbacks wirklich so mit den Holzhammer eingeprügelt. Und hier waren wirklich diese dezenteren Töne auch spürbar und besser verflochten. Ja, wobei ich, also ich mochte ja die erste Folge durchaus, gerade wegen ihrer Callbacks, ob die jetzt so wahnsinnig subtil sein mussten, sei mal dahingestellt, also es gab ja zwei Sorten von Callbacks, würde ich mal sagen. Also welche, die halt wirklich absolut aufs Auge gedrückt wurden und dann die, wo man mal so ein bisschen um die Ecke denken musste oder auch so ein bisschen auf die anderen Staffeln. Aber, also ich, ich gebe dir schon recht, das war ein bisschen, äh, manchmal ein bisschen holzhammer in der ersten Folge. Es hat mich jetzt nicht unbedingt gestört, aber hier hat's, äh, besser funktioniert einfach. Ey, ich wurde da auch von einem Kumpel kritisiert. Also ich gucke das nachher noch ab und zu mit Kumpels. Also mal ein übliches Ritual, einmal die Woche Filmnacht und da wird dann die aktuelle Game of Thrones Folge geschaut. Und da habe ich gesagt, ich war nicht ganz so angetan von der Folge und da hat er mich nur abgefuckt angeguckt. Ja, was bist du denn für ein eiskalter Wichser? Habe ich gesagt. Ja, so bin ich jedem. Ja. Ja, jedem das Seine. Aber ich, ich würde sagen, wir kommen jetzt, also wir sind jetzt relativ am Schluss. Ich würde sagen, wir müssten jetzt auf jeden Fall auf dieses Lied eingehen. Dass Potrick gesungen hat? Genau. Richtig. Das ist ganz wichtig in dieser Folge. Okay, ja, das müsst ihr mir erklären. Also, dass, dass Potrick wohl sehr, sehr gut singen kann. Also es wurde ja wohl eine extra Singstimme da eingespielt. Ich weiß nicht, wie das im englischen Original ist. Habe ich mir das nicht angeguckt. Ich habe das jetzt nur in der deutschen Stimme da gesehen. Ich denke nicht, dass die, ich denke nicht, dass die das synchronisieren mussten. Die haben das vielleicht einfach bei der Tonspur belassen. Also im deutschen war das auf jeden Fall eine Singstimme. Das war nicht die von der Sync. Ja, und also, also ich habe beide Versionen gesehen und im Original ist es tatsächlich Daniel Portman selbst, glaube ich. Also der Schauspieler. Oh. Im deutschen haben sie eine Singstimme genommen und die ist nicht unbedingt schlecht. Das Problem ist nur, ich bin mir ziemlich sicher, dass sie dieselbe Stimme genommen haben wie bei Bron in der fünften Staffel. Ja. Naja, also Bron ist ja doch ein bisschen älter als Podrick. Ne, glaube ich nicht. Ne, und. Ja, aber wenn du das nicht weißt, scherz dich nicht. Aber hat Podrick im englischen Original auch so gut gesungen? Würde ich sagen. Ja, doch. Relativ. Also, doch, der, der, der kann singen. Also das hat mich, das hat mich auch wieder an Herr der Ringe erinnert irgendwie. Weil Podrick, Podrick ist so eine ähnliche Figur eigentlich wie Pippin. Ich komme da bei den Namen immer durcheinander. Mary und Pippin. Einer von beiden singt auf jeden Fall. Genau, der singt ja dieses, die ist ja auch fantastisch, die Szene in der Rückkehr des Königs, wo diese Parallelmontage, wie die versuchen aus Gilead zurückzuerobern und dann hörst du eigentlich nur Pippins Gesang. Das ist großartig montiert. Und hier haben wir dann auch durchaus eine Montage, die mich auch um die zweite, ja, nee, schon die dritte Herr der Ringe-Referenz unterzubringen. Und ich glaube auch, dass man sich, also wie gesagt, das Vorbild ist hier Helms Klamm. Es hat mich sehr an diese Szene erinnert, wo Theoden seine Rüstung anlegt in die zwei Türme. Da steht ja dann auch, wo sind Ross und Reiter und so weiter. Das reimt sich sogar. Und hier war es dann auch so ähnlich, weil wir haben dann, während Podrick singt, haben wir eine Parallelmontage von allen möglichen Szenen hintereinander. Also zum Beispiel Jorah Mormont, der sich irgendwie kampfbereit macht. Sansa, die sich mehr oder weniger stumpf von Theon verabschiedet, bevor sie in die Krypta geht. Was war da noch hier? Missandei, grauer Wurm, die sich verabschieden, die man auch schon im Trailer gesehen hat. Auch eine sehr schöne Szene, wie ich finde. Sehr schöne, kurze, kleine Szene. Ich habe eben eine Schwäche für dieses Pärchen. Ich weiß auch nicht. Ja, also was ich dazu noch sagen will, man merkt auch einfach, deshalb mag ich ja so Mittelalter-Settings auch immer sehr gerne oder Mittelalter-Fantasy-Settings. Es gab damals einfach keine Musik, die du irgendwie elektronisch oder so einfach abspielen konntest. Die Leute haben sich unterhalten, indem sie miteinander halt gesellschaftlich Zeit miteinander verbracht haben oder auch gesungen haben. Und das war, da irgendjemand konnte immer irgendein Lied singen, weil sie wurden halt, sie sind so aufgewachsen oder ihnen wurde von den Eltern was beigebracht. Und deshalb finde ich auch diese Stimmung immer so toll. Und das merkt man auch in der Serie, dass, ja, will nicht jemand ein Lied irgendwie einspielen oder singen oder so. Und einige wollen halt eben nicht, weil sie denken, sie singen so schlecht. Ja, Davos, ne, sagt er direkt, ihr sterbt doch später schon oder so ähnlich. Wenn man tausend Tode sterben möchte. Genau, genau. Ja, ihr wünscht euch schnell einen schnellen Tod oder sowas. Na, und dann kommt da Potrick daher und mit seiner atemberaubenden Singstimme. Und ich glaube, ja, er hat damals den Dirnen dann was vorgesungen, weil sich ja immer alle fragen, was hat er mit den Dirnen gemacht? Vielleicht hat er ihnen auch einfach nur was vorgesungen. Ja, das würde auch dazu passen, wieder dann zu der Geschichte dieses Liedes, die wirklich einiges andeutet, was noch kommen könnte. Da können wir jetzt dann auch wirklich drauf eingehen, weil, also, es kommt unglaublich stimmungsvoll gegen Ende. Und es erinnert auch so ein bisschen an die Regen von Castamere, auch wenn man das nur eigentlich im Abspann hört bei der Serie. Gut, das hier hört man auch nochmal im Abspann. Da ist ja dann auch nochmal eine Interpretation von Florence and the Machine, soweit ich weiß. Was auch wieder ein Rückbezug ist, wenn ihr jetzt auch nicht direkt auf die Serie habt. Aber ich glaube, einer der Trailer zur zweiten Staffel war damals mit Seven Devils von Florence and the Machine unterlegt. Ach, und mich erinnert das auch an diese Folge, wo Jamie die Hand abgeschlagen wurde, wo dann am Schluss dieses lustige Lied kam, was total gebrochen hat. Ach das, ja, 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 The Bear and the Maiden Fair. Ja, genau. In dieser Metal-Version oder so. Ich meine, ich fand das Lied cool, aber das hat diese Stimmung wirklich ordentlich gebrochen. Ja, das war aber beabsichtigt. Also die Folge, die wurde ja auch von einem der Showrunner inszeniert und er wollte halt so richtig schön, weiß ich nicht, den Leuten vor das Bein grätschen damit. Aus irgendeinem Grund. Also man darf auch gespannt sein auf die allerletzte Folge, weil die haben ja beide Showrunner zusammen inszeniert, tatsächlich. Mhm, okay. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt wirklich mal auf diesen Song ein. Janies Song heißt er ja. Also, dass es an dieser Stelle kommt, gerade bei Brienns Ritterschlag, ist definitiv kein Zufall. Beziehungsweise auch, dass die ganze Folge so heißt, weil dieses Lied geht zurück, jetzt muss man wirklich mal ein bisschen ausholen, was Eis- und Feuer-Wiki angeht. Dieses Lied geht zurück auf Ser Duncan Targaryen. Genau. Und seine, die Geschichte, die er hatte mit einer, ja, die, also dieses ganze Lied, also diese Janie von Altsteinen heißt sie, glaube ich, also im Original natürlich Janie of Oldstones. Deren Geschichte ist, dass sie, also für diese Frau, die er ursprünglich in Ruinen aufgegabelt hat, ich glaube in Schnellwasser oder auf jeden Fall in der Umgebung, hat Ser Duncan Targaryen seinen Thron aufgeben wollen. Und das Ganze spielt ungefähr 100 Jahre vor den eigentlichen Ereignissen. Also, Duncan Targaryen ist tatsächlich auch der Dang, den man aus dem Beiwerk der Heckenritter von Westeros kennen dürfte. Also die Buchleser, genau. Das gibt es übrigens auch als Hörbuch. Also hat man da die komplette Saga, wenn man sich das anhören will. Und das kann ich auch auf jeden Fall empfehlen. Wenn man das im Hinterkopf hat, dann verstärkt das die Dramaturgie von dieser Szene auf jeden Fall. Ja, du hast halt wieder dieses Motiv, ja, würde einer alles aufgeben für den anderen. Das ist ja so das Leitmotiv bislang. Es hat auch insofern damit zu tun, dass Ser Duncan Targaryen, der wurde Ser Duncan der Große, beziehungsweise Duncan the Tall genannt. Und es, ich weiß gar nicht, ob es jetzt zweifelsweise aus den Büchern hervorgeht, aber er scheint, der scheint ein Vorfahre von Brienne gewesen zu sein. Ja, und sogar der, wie heißt der, den der Schädel zermatscht wurde, der hat auch auf dieses Duncan und Egg angespielt. Also der Oberyn hat in dieser ersten Folge von der vierten Staffel auch drauf angespielt. Da müsste ich jetzt überlegen. Ja, der hat da auch was von seinen Vorfahren erwähnt und da wurde diese Szene auch nochmal angeteasert. Und wenn du da mitten in dem Buch gewesen bist, wie ich damals, dann hat dir das quasi schon das Ende gespoilert. Okay. Ja, weil er hat dann wirklich auch gewisse Tode schon angedeutet. Also auf jeden Fall, das ist zum einen die Symbolik dahinter und es ist dann auch, also was man noch wissen muss, es gab einen Krieg, weil Aegon der Fünfte zu der Zeit, der war gegen diese Ehe mit einer, ja, bürgerlichen, wie Jane Oldstones. Aufgrund dessen gab es, weil also ursprünglich war, wie hieß er jetzt nochmal, Danke Targaryen, der war ursprünglich der Tochter von Laethos Baratheon, glaube ich, versprochen. Und da gab es dann einen Riesenkonflikt und angeblich ist diese, also es ist nie wirklich klar in der Mythologie, was aus dieser Jane geworden ist. Oder Jenny heißt sie. Jenny, genau. Jenny. Und außerdem ist da noch was, weil die hat eine Vertraute gehabt in den Büchern, die mehr oder weniger auch eine Hexe war. Und die hat die Prophezeiung gemacht, dass in der Linie von Aegon dem Fünften, also in seiner Königslinie, dass daraus der Prinz, der versprochen war, also der Ajor Ahai, hervorgehen würde. Ja. Und aufgrund dessen hat er dann seine beiden Kinder, Aerys und Rhaela Targaryen, miteinander verheiratet. Und aus dem Inzest gingen dann ja Daenerys, Viserys und Rhaegar hervor. Mhm. Aber ich muss dich jetzt in einer Hinsicht korrigieren, der Duncan war nicht der Targaryen, das war sein Knappe, der Aegon. Ich glaube, ja, ja, doch. Hä? Nee, Moment. Moment, Aeg, Aeg ist doch Aegon der Fünfte, der später zum König wird. Genau. Und das ist der Vorgänger des Irrenkönigs. Da ist auch eine Referenz hier, als der alte Maester Emon stirbt an der Mauer. Ah. Da hat er ja, halluziniert er ja auch irgendwie von Aeg, seinem kleinen Bruder Aeg. Und das spielte auch schon auf Dang und Aeg an. Mhm. Also es hat auf jeden Fall eine Riesenbedeutung und auch im Hinblick auf den Ajor Ahai, weil wenn man jetzt davon ausgeht, dass diese Prophezeiung von dieser Hexe, deren Namen mir jetzt leider nicht mehr einfällt, also dass aus der Blutlinie der Ajor Ahai hervorgeht, dann kann es eigentlich nur Daenerys oder Jon sein. Mhm. Letzten Endes. Und deswegen ist dieses Lied sehr wichtig und nicht nur irgendein Lied, was da halt gespielt wird. Und es versteckt zusätzlich auch nochmal die Dramaturgie zwischen Khaleesi und Jon. Und es unterstreicht auch natürlich nochmal den Titel der Folge Ein Ritter der Sieben Königslande. Also für viele, die die Bücher jetzt eher nicht so kennen, mag der Titel relativ belanglos klingen und sich eigentlich nur zweifelsfrei auf Brienne beziehen. Aber ja, er ist halt mehrdeutig. Also für Buchkenner oder zumindest welche, die den Heckenritter kennen. Der Heckenritter heißt nämlich im Original A Knight of the Seven Kingdoms. Genau. Das kann man halt dazu sagen. Also das hättest du da jetzt nicht so vorausgelesen wahrscheinlich, ne? Nee, ich überhaupt nicht. Also was sie mir da erzählt, ja, ist Neuland für mich. Oh oh. Ja, es ist halt auch ein bisschen viel, ne? Also die ganze Mythologie. Aber das ist halt schön, dass die Serie das wieder so mit einstreut über dieses Lied tatsächlich. Ja, oder auch diese vielen Verweise, auch die das auf das Westeros-Dingens gibt. Du merkst, dass diese Geschichte von Westeros generell ziemlich reichhaltig ist. Und man könnte sich da auch wirklich ewig vertiefen, wenn man denn Bock hat. Es verstärkt dann wirklich so ein bisschen die Dramaturgie und diese Wow-Effekte, die die Serie eh schon hat. Aber man braucht es jetzt nicht unbedingt. Aber wenn man tiefer eintauchen will, kann ich das nur empfehlen. Oder aber die Videos von Nerdkultur. Genau. Hashtag Werbung. Hier wird da wahrscheinlich ein sehr Gutes zu machen. Hashtag Werbung, genau. Hashtag Sinmaster-Expect, die machen da auch immer Videos zu. Ja. Ich glaube, wir... Wir schweifen ab. Werbung, Werbung Ende. Hashtag Werbung Ende. Ich weiß nicht, Pia, hattest du noch irgendwas zu der Folge? Sonst würde ich sagen, komm, wir so langsam zu einem Fazit. Ja, eine Szene noch. Sam hatte ja noch sein valyrisches Schwert. Ah, ja, stimmt. Weiß das nicht, wie hieß das? Heartsbane oder Herzband. Ja, oder so. Hat er ja dem Jora gegeben. Er kann ja sowieso nicht so richtig ein Schwert halten. Und das wäre wohl bei ihm besser aufgehoben. Das fand ich auch schön. Und ich glaube, nach dieser Szene wird Sam, glaube ich, der erste Seite sterben. Nein, 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 Sam schreibt das Buch. Sam schreibt das Buch. Sam mit George R. R. Martin. Ja, natürlich. Sam schreibt das Lied von Eis und Feuer. Zweifelsfrei. Meinst du? Ja. Und das Ganze wird wahrscheinlich auch... Das habe ich schon vor zwei Jahren, habe ich schon den Gedanken gehabt. Ich könnte mir vorstellen, weil Martin ist ja nun mal... Also er referiert ja auch Herr der Ringe durchaus. Und ich könnte mir vorstellen, dass die ganze Serie eine Spiegelung ist der Schlussszene von die Rückkehr des Königs. Das heißt, dass John reinkommt und sagt, Sam, oh, du bist fertig. Also so wie halt mit Frodo und Sam von wegen, ja, du hast jetzt Herr der Ringe geschrieben. Ja, und vor allem, ich denke da auch, dass der Bran sterben wird und dass dann Sam für Bran diese Chronik dann schreiben wird, damit das auch keiner vergisst. Ja, was wir da noch anmerken müssen auf jeden Fall, warum der Nachtkönig unbedingt Bran töten will. Das wurde ja auch in dieser Folge erwähnt. Genau, Bran ist ja ein wandelndes Gedächtnis praktisch dieser ganzen Welt. Also er hat ja nicht nur, also im Unterschied zu welchen wie Podrick oder anderen, hat er nicht nur irgendwelche Lieder oder Sagen, die ja letzten Endes dann auch über Jahrhunderte hinweg verdreht werden, sondern er kann alles sehen. Er ist praktisch, ja, er ist eine wandelnde Wikipedia. Diesmal kein Google, sondern Eis- und Feuer-Wiki. Und das ist halt der Hauptgrund, warum der Nachtkönig ihn unbedingt auslöschen will. Es ist nur eben die Frage, ob der Nachtkönig möglicherweise ähnliche Kräfte hat wie Bran und ob er auch in die Zukunft sehen kann. Womit wir dann eben wieder bei der doch recht kruden Theorie wären, dass Bran der Nachtkönig ist, aber gut. Und das glaube ich mittlerweile nicht mehr, weil das würde dann keinen Sinn ergeben. Wieso will er sich selbst auslöschen? Ja, vielleicht um reinen Tisch zu machen, keine Ahnung. Ja, aber das bedeutet ja, dass er aus der Zukunft, dass er in der Zukunft irgendwie dann wieder in die Vergangenheit geht und dann vielleicht Nachtkönig wurde oder so. Und dann will er sich selbst töten, um dann vielleicht zu verhindern, dass er selbst der Nachtkönig wird. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also das macht irgendwie nicht so wirklich Sinn. Das ist wieder dieses Zukunft- und Vergangenheits... Es soll ja keine Zeitreisen geben in dieser Staffel, das haben sie ja schon gesagt. In dieser Staffel, ja, aber es ist doch klar, dass Bran, dass er wohl in die Vergangenheit gucken kann und auch selber in der Vergangenheit präsent sein kann. Deshalb wurde ja Hodor zu Hodor. Aber dieses Ereignis fand schon statt. Er hat da nichts beeinflusst. Ja, genau. Das ist nicht beeinflusst, weil das ist immer halt das Problem mit Zeitreisen. Denn gewisse Sachen passieren, weil sie schon passiert sind, nicht weil sie ausgelöst werden. Das ist das typische Zeitparadoxon. Und ich nehme an, dass die da nicht reintappen wollen mit der Serie. Ich meine, es gibt ja auch noch die Theorie, dass Bran eventuell ein Zeitreisender ist und dass er in Wirklichkeit Bran, also Brandon, der Erbauer ist, der die Mauer errichtet hat. Das wäre zu sehr Science-Fiction, finde ich. Ja, gut, da gibt es halt schon Hinweise. Also, Brandon, der Erbauer soll ja irgendwie auch ein Krüppel gewesen sein. Echt? Ich fand das schon, ja, ja, tatsächlich. Ja, da gibt es irgendwie ganz, in diesem Buch World of Westeros gibt es irgendwie, glaube ich, eine Zeichnung, wo die Mauer irgendwie gebaut wird mit Riesen und so weiter. Und wo man ihn dann irgendwie, glaube ich, sieht, wie er getragen wird oder so. Und es heißt auch, dass Brandon, der Erbauer, auf den Anstoß eines kleinen Jungen hin die Mauer errichten ließ. Und dieser kleine Junge könnte natürlich auch Bran gewesen sein. Also Bran, Brandon, es war auch schon so auffällig, dass Brandon, der Erbauer, auch mal im Hinblick auf Bran erwähnt wird in der allerersten Staffel. Es stimmt. Aber gut, ich glaube, das führt jetzt hier zu weit. Ich würde sagen, wir kommen halt zu einem Fazit, weil wir haben jetzt schon die Zwei-Stunden-Marke gerade eben geknackt. Ja, genau, wir sind hier eigentlich auch durch. Wir haben ja einige Szenen schon vorgegriffen am Anfang. Genau. Ja, also ich würde direkt, ja, also Fazit, können wir mal mit Patrick anfangen. Auch wieder so eine Punktevergabe, wie du die Folge fandest. Ja. Fandest du die besser oder schlechter als die erste Folge? Was sagst du? Ich fand die deutlich besser. Das hat mich emotional auch deutlich mehr ergriffen, so gesehen. Nein, weil da gab es dann wirklich einige Momente, wo ich schon fast ein Kloß im Hals hatte und denke ja, oh fuck, wie viele werden das jetzt die nächste Folge überleben? Und Dominik hat ja schon gesagt, die ersten beiden Folgen waren im Prinzip ein Teaser auf die Staffel. Sag ich ja, ist mir jetzt auch egal, weil im Prinzip war die erste Staffel von Game of Thrones ein Teaser auf die ganze Serie. Und der ging zehn Stunden lang. Von daher habe ich da kein Problem mit. Und ich fand, da gab es wirklich einige schöne Wiedersehensmomente und einige emotionale Momente. Und trotzdem hat man diese ganzen Intrigen nicht vergessen. Aber die Stimmung, die hier getroffen wurde und dass das Ganze dann ein bisschen weichen muss, weil es Ende bevorsteht. Ich fand es wirklich schön gemacht und für mich eine der besten Folgen. Das Ungewöhnlich ist, keiner ist gestorben. Ja. Ja, das ist doch mal ein Qualitätsmerkmal, ne? Irgendwie nicht, aber... Aber bitte nicht mehr davon in der folgenden Folge. Ich will jetzt endlich mal Leute sterben sehen, verdammte Scheiße. Aber echt... Und Daenerys als allererstes, so. Wird leider nicht passieren, aber ja, mir geht es mittlerweile auch ziemlich auf die Nerven. Ja, mir schon. Aber ich gebe, äh, ich gebe da vier von fünf Punkten, weil diese Stimmung, dieses Melancholische einfach super war. Ja. Äh, Pia, wollen wir uns zum Kloppen, oder? Ja, also, ähm, ich mache es ganz kurz und knapp. Ich vergebe drei von fünf. Ich fand sie jetzt auch nicht so, weiß ich nicht. Ähm, ja, also, äh, ich glaube, die letzten Folge habe ich auch drei von fünf gegeben, oder? Aber die fandest du schlechter hier, ne? Also, müsstest du eigentlich noch ein bisschen runtergehen. Ja, eigentlich schon. Ich würde 2,8, aber das geht ja nicht. Ich runde nochmal auf drei auf. Also, ich fand das mit dem Ritterschlag, also, ich fand die Folge insgesamt ein bisschen schlechter, weil, weiß ich, ich hatte mehr erwartet. Und auch das mit Daenerys und Jon, das war wieder so, oh, natürlich werden die unterbrochen. Die können das Gespräch nicht zu Ende führen. Das ist natürlich logisch. Aber ich fand das mit einem Ritterschlag toll. So, deshalb, also, drei von fünf, ja. Ja, aber es gab keine Szene, wo Jon sich fast die Eier abgeklemmt hat, weil er auf den Drachen fliegen musste, wo eh keine Zeit war. Ja, das ist doch das Positive, was man wirklich sagen kann, ne? Ja. Generell auch gar keine Drachen in der Folge, ne? Also, wirklich überhaupt keine. Ja. Sehr ungewöhnlich. Ja, irgendwo müssen sie ja Budget sparen, dafür war Ghost dann wieder da. Ja, stimmt. Genau. Es ist Ghost da. Nein, wir können keine Drachen zeigen. Ja, das wird jetzt jedes Mal auffallen, genau. Das ist dann so, wie man nie alle Avengers in einem Film haben kann, weil Budget. Genau. Und würden nicht 22 Millionen illegal streamen, hätten wir die Elefanten gesehen, verdammte Axt. Wahrscheinlich. Ja, genau. Also, da gibt es ja so ein Meme, dass wenn die Leute alle nicht illegal streamen würden und da wirklich für bezahlen würden, hätte man vielleicht mehr Elefanten und mehr Wölfe und mehr Ghost gesehen. Ja, vielleicht. Wer weiß, werden wir wohl nie erfahren, aber ja, gut, ach, Elefanten, wer weiß, ob die wirklich geplant waren. Weil das wäre auch, glaube ich, echt schwierig gewesen. Also, es kann auch sein, das kann ich mal kurz anmerken. Es könnte sogar damit zusammenhängen, dass es vor einem Jahr lief ja die zweite Staffel von Westworld und da hatten sie einen Elefanten. Ich will das jetzt nicht zu weit ausführen. Und es hat sich dann, es gab dann einen kleinen Skandal, weil es ist ja in den letzten Jahren irgendwie ziemlich diese Firmen, die für Filmfirmen Tiere betreuen. Denn die sind ja teilweise sehr umstritten, was so die Haltung angeht von den Tieren. Und dieser Elefant war dann irgendwie ziemlich in den Medien, weil er, also das war wohl wirklich der, der halt in der zweiten Staffel Westworld aufgetreten ist, weil der soll von einer Firma gekommen sein, die sehr umstritten ist, was das angeht. Und es kann sein, dass HBO möglicherweise so einen Skandal vermeiden wollte. Ich weiß es nicht. Ja, aber da konnte man noch CGI-Elefanten wie bei Dumbo einfach. Bei Dumbo waren alle Elefanten CGI-Elefanten. Und wir sind schon wieder bei Dumbo, ja. Waren wir letztes Mal auch schon. Ja, dann stelle ich... Ich wollte es gerade vermeiden. Dann stelle ich mir wieder die Frage, warum, wenn die alle Dumbos Homies sind, warum fliegen sie da nicht einfach rüber von Westeros? Und dann könnten sie auch mit den Elefanten, könnten sie auch so, das wäre dann so Zerses Konkurrenzprodukt zu den Drachen, glaube ich. Aber gut. Da gibt es doch auch so ein Meme, wo Cersei auf dem Dumbo... Ja, nicht nur eins. Am geilsten waren wirklich die letzte Woche von Cersei mit Dumbo, ey. Oh Gott. Und dann gab es dann noch so ein Meme von Edge of Empires mit einer Elefantenarmee und dann siehst du Cersei mit so einer Träne im Auge. Gut, ich würde sagen, ich hänge noch mein Fazit dran, ich kann mich Patrick größtenteils anschließen. Ich kann verstehen, wenn man diese Folge irgendwie als ein bisschen, ja, gemächlich doch empfindet. Es ist halt eine sehr charaktergetriebene Folge, daran merkt man aber eben auch wieder, dass das eigentlich im Kern ist es eine sehr charaktergetriebene Serie, immer noch und immer gewesen. Deshalb finde ich schön, dass die Mara sich da treu bleiben, was das angeht. Ich fand viele Charaktermomente sehr schön. Diese Wiedersehen wirkten nicht ganz so abgehandelt wie in der ersten Folge. Die Callbacks waren sehr schön, deutlich subtiler und die ganze Stimmung hat mir unglaublich gut gefallen. Also kann ich nur nochmal wirklich betonen, wie so dieses Aussichtslose sich langsam über sie legt und du wirklich diese Ruhe vor dem Sturm hast. Also diese ganze Folge ist eigentlich Ruhe vor dem Sturm. Und ich war ein bisschen skeptisch, als ich gehört habe, ja, es ist halt eine reine Winterfell-Folge. Ich muss aber zugeben, dass das wirklich gut funktioniert hat. Du hast irgendwie einen sehr schönen Rahmen um diesen Schauplatz und alle Szenen bauen auch irgendwie aufeinander auf. Nichts wirkt irgendwie so abseitig abgefrühstückt wie letzte Woche mit den Eisenmännern, weil das war dramaturgisch halt schon wirklich plump. Und das wurde hier, der Plot wurde dann auch, indem dann halt Theon zurückkehrt, wurde das auch durchaus dann schön hier implementiert. Ja, lange Rede, gar keinen Sinn. Ich gebe tatsächlich auch vier von fünf. Also man kann das Pacing durchaus irgendwie kritisieren, wenn man möchte. Aber als Charakter starke Folge ist das sehr gut gewesen, auch von den Dialogen her an vielen Stellen. Ja, und ich fand es auch generell einzigartig in der Dramaturgie von Game of Thrones. Und mich hat diese Folge gepackt. Da merkst du eben, dass dir die Charaktere immer noch nicht egal sind, egal wie viel Mist sie gebaut haben, dass da wirklich bei vielen noch diese Grauschattierungen vorhanden sind. Ja, und dass die jetzt nochmal richtig schön zur Geltung kommen, ne? Genau. Dann machen sich jetzt wirklich diese sieben Jahre, die du an der Serie gesessen hast, bezahlt. Auch wenn man dann natürlich am Ende mit, ich habe es wirklich vorausgesagt, mit was für einem Cliffhanger wir entlassen werden. Ja, das letzte Woche war ein Teaser, das hier ist ein Trailer und jetzt kann es halt wirklich losgehen. Also nächste Woche erwartet uns das erste große Inferno unter Miguel Sapochnik. Ich freue mich riesig drauf. Ich werde es mir dann auch tatsächlich wohl zeitnah wirklich ansehen oder parallel zur US-Ausstrahlung. Vor allem nochmal brauche ich dieses Angeteaseren nicht, dass der Nachtkönig bevorsteht, weil dieses Anteasern, das hatten wir jetzt schon fast gefühlt so oft wie Thanos bei den Avengers. Irgendwann muss auch mal Schluss sein damit. Irgendwann muss es auch mal Fratzengeballer geben. Thanos ist halt der Sitzlord. Ja. Ich möchte es nochmal korrigieren. Die sitzen seit zehn Jahren an der Serie. Also gedreht und gearbeitet wurde über zehn Jahre an der Serie, nicht sieben. Ich habe jetzt einfach mal großzügig diese zwei Jahre, die wir jetzt auf die Staffel warten konnten. Ja, aber auch generell. Erste Staffel ein Jahr vorher haben die ja gedreht und dann haben die, also der, naja. Da haben sie sich ja auch schwer mitgetan. Der Pilot, der musste ja nochmal komplett neu gedreht werden. Da hat ja sogar noch jemand anders Daenerys gespielt damals. Ja, genau. Vielleicht wäre es besser gewesen mittlerweile, aber wir wissen es nicht. Ach ja, weiß nicht. Nee, ich mag sie ja auch, die Schauspielerin, nur gerade in dieser Rolle irgendwie nicht. Nee, das ist, ja gut. Das ist Geschmackssache. Also ich finde sie immer noch gut. Das muss auch noch rein. Okay. Ja, aber ich würde sagen, wir sind dann durch. Ich freue mich riesig auf die nächste Folge. Ich bin dann gespannt, wie lange unser Podcast dazu wird. Ich meine, wir haben jetzt viermal 80 Minuten noch vor uns. Oh Gott, ja. Und wir haben diese Zwei-Stunden-Marke geknackt, obwohl wir immer gesagt haben, wir haben nicht viel zu besprechen. Ja, aber wir mussten ja auch noch einiges von letztem Mal aufgreifen. Wir haben noch Callbacks von den Callbacks gebraucht. Vielleicht haben wir in den nächsten Folgen gar nicht so viele Dialoge. Ja. Kann ja sein, dass es ein Gemetzel ist und alle sterben. Also es soll ja die längste Schlacht werden, die es jemals gegeben hat. Und Helms Klamm ist, wie gesagt, die Referenz. Ich verstehe auch nicht genau. Also Helms Klamm ist ja schön und gut. Aber warum, es ist jetzt die Frage, im dritten Herr der Ringe um Gondor, wertet man das eher als Belagerung? Meinst du, im dritten Film? Ja, ja, den Angriff auf Minas Tirith, weil das ist ja, also sorry, Helms Klamm ist toll. Aber Minas Tirith ist somit das Gewaltigste, was ich je gesehen habe. Also ich habe ja letztens nochmal alle drei Teile im Kino gesehen. Und meine Fresse, die Rückkehr des Königs im Kino, nee, also da kommt nichts dran. Und da wird auch die Folge nächste Woche nicht rankommen. Nee, das könnte höchstens noch von der bevorstehenden Herr der Ringe Serie getoppt werden. Weil ich gehe immer davon aus, dass sie da auch ordentlich klotzen werden mit den Schlachten. Ja, sie pumpen auf jeden Fall ordentlich Geld rein. Aber wir werden... Ja, aber ich würde jetzt Game of Thrones nicht mit Herr der Ringe vergleichen. Also ich finde diese Vergleiche sowieso immer ein bisschen blöd. Weil ich würde jedes Projekt für sich eigentlich bewerten. Ja, nee, sie bringen ja auch selber den Vergleich. Und es geht wohl einfach eher um die Dramaturgie. Hatte ich ja schon letztes Mal angemerkt. Aber gut, wir werden es sehen. Okay. Ich freue mich riesig drauf. Bisher die Staffel ziemlich gut, ehrlich gesagt. Ja. Wenn das so weitergeht, dann... Jetzt müssen nur noch ein paar Leute sterben, dann bin ich zufrieden. Und zuerst Deneres. Ja, okay, super. Und es muss noch ein paar gute Twists geben. Die werden kommen, garantiert. Nein, dann bin ich auch zufrieden. Ja, super. Okay. Gut, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns. Genau, dann würde ich jetzt sagen, ja, genau, wollte ich auch sagen, dann machen wir jetzt Schluss für heute und dann sehen wir uns spätestens nächste Woche wieder. Dann versuchen wir es auch so zeitnah wie möglich dann hochzuladen. Genau. Pia, wollen wir denn vielleicht noch sagen, wo wir so zu finden sind in den Weiten des Internets? Ja, aber dann aber ganz kurz, ne? Kurz und knapp. Ja, dann fang du an. Ja, ich bin Pia von irgendwie-nerdich.de, cooler Blog über Serien, Filme, Games und Comics. Ja, wunderbar. Ich bin Dominik vom Tele-Stammtisch hier. Und online zu finden unter Dom Carnage auf Twitter, Letterboxd etc. Oder auch auf Moviepilot unter Dremum. Oh, und du hast nicht mal nicht Moviebreak erwähnt. Ach ja, ja, gut, stimmt. Moviebreak-Podcast habe ich natürlich auch noch. Der wird auch zeitnah ongehen. Schaut da auch gerne mal vorbei. Da spreche ich nochmal über diese Folge. Aber kürzer wahrscheinlich. Das werden wir sehen. Nimm dir nichts mehr vor. Okay, Patrick? Ich bin auch hier öfter beim Tele-Stammtisch vertreten und auch bei den Kollegen von den Comic-Cookies. Und ich war jetzt auch schon ab und zu mal bei Geekpool vertreten. Also, ja, das war es dann auch mit mir heute. Ja, super. Cool, dann wünsche ich euch noch eine alle schöne Woche und wartet schon auf die nächste Game of Thrones-Folge. Und wir freuen uns übrigens auch über Feedback. Bewertet ruhig den Podcast auf iTunes oder hinterlasst einen Kommentar auf Twitter, Instagram und Co. unter Tele-Stammtisch. Und würden uns sehr freuen. Oder auf YouTube unter diesem Video. Ja. Genau. Und schreibt auch gerne mal drunter, ob ihr da bei unseren Catchphrases, die wir bringen, da tatsächlich schon Trinkspiele macht oder ob euch das relativ egal ist. Beides möglich. Ja. Alles klar. Macht's gut. Dann tschüss. Bis dann.